Hallo und willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Auf das heutige Gespräch habe ich mich gefreut wie ein kleines Kind auf Weihnachten. Ijoma Mangold ist Literaturkritiker, er ist Reporter bei der Zeit in Berlin. Ein feinsinniger, schöngeistiger Mensch, der gar nicht aus dieser Technik-Ecke oder aus dieser Finanz-Ecke kommt, wie die meisten von uns und der wirklich aufgeschlagen ist in der Bitcoin-Szene mit einem großen Splash, mit einem großen Artikel, das schlaue Gold in der Zeit, einer, der damals bei mir wirklich Gänsehaut ausgelöst hat. Möchte ich fast sagen, es ist so, ich habe das damals auch auf Twitter geschrieben. Ich habe mit Ijoma großen Spaß gehabt, die ganze Welt von Bitcoin auszuleuchten und ich hoffe, dass ihr auch so viel Spaß haben werdet, uns zuzuhören, wie wir uns darüber Gedanken machen, was dieses Bitcoin-Ding mit uns und mit der Welt macht. Es ist mir eine außerordentliche Freude, jetzt mit Ijoma Mangold verbunden zu sein. Hallo Ijoma. Hallo Nico, ich grüße dich. Ich freue mich wirklich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist Kulturkorrespondent bei der Zeit in Berlin, glaube ich, bist du zu Hause. So ist es. Du bist Buchautor, Literaturkritiker, kommst aus einer ganz, ganz anderen Ecke als viele andere, die sich mit Bitcoin beschäftigen und du hast, jetzt habe ich natürlich nicht nachgeschaut wann, aber vor einigen Monaten einen großartigen Artikel geschrieben. Der hat geheißen, das schlaue Gold, der damals für viel Aufsehen gesorgt hat, weil er eben in der Zeit erschienen ist, doch eines der deutschen Leitmedien, wo du wirklich viele Dinge wiedergegeben hast, die den Menschen quasi den Bitcoinen aus dem Herzen sprechen. Und du bist Kulturkorrespondent, deswegen habe ich mir gedacht, du berichtest uns jetzt mal, was du so siehst in der Kultur von Bitcoin. Womit haben wir es hier deiner Meinung nach zu tun? Bin ich korrekt, wenn ich sage, das ist Punkrock, das ist Revolution? Es scheint mir, und wir sind ja eine ganz andere Generation, also ich bin Jahrgang 71. Ich würde es mal so simpel zusammenfassen. In meiner bewussten Biografie, als Bürger, der am politischen Zeitgeschehen teilnimmt, habe ich in der Zeit, in der ich gelebt habe, keine, sagen wir jetzt mal, Jugendbewegung gesehen oder erlebt, die staatsskeptisch und stark auf Eigenverantwortung ausgerichtet war. So ein Begriff wie Eigenverantwortung, der natürlich grundsätzlich sowieso eigentlich positiv gebaut ist, der ist ja so in Misskredit geraten in den letzten 30 Jahren. Auf deutsche Verhältnisse runtergebrochen hieß es, wer von Eigenverantwortung sprach, der war ja sowieso schon ein FDP-Egoist. Man versuchte gewissermaßen die Semantik des Wortes Eigenverantwortung gleich in so einer Entsprechung zum Selbst, zur Gier und zum Eigennutz. Und natürlich zur Gefühllosigkeit. Eigenverantwortung, damit will derjenige, der das Wort im Munde führt, der in Weiden nur sagen, dass er nicht solidarisch ist mit anderen. Das würde ich sagen, war so die herrschende, die hegemoniale Semantik in den letzten 30, 40, 50 Jahren vermutlich sogar. Namentlich dort, wo sich die Jugend in besonderer Weise auch als politisch engagiert empfand und selbst beschrieb. Und als ich anfing, und ich bin ja ein absoluter Neuling, ein absoluter Novize in der Bitcoin-Welt, als ich anfing, da Blut zu lecken und fasziniert zu sein, gab es ganz viele, ganz unterschiedliche Aspekte, die mich gepackt haben. Aber eines war auch diese für mich halt wirklich völlig neue Erfahrung, dass ich es da plötzlich mit ganz, es war spürbar, ganz viele junge Leute, 20 Jahre jünger als ich, vielleicht sogar noch jünger, und die hatten alle plötzlich einen positiven Begriff von Eigenverantwortung. Und wenn das passiert, so eine Transformation der Semantik, dann werde ich natürlich als Feuilletonist, dem es auch immer so ein bisschen darum geht, so die gesellschaftsdiagnostischen Ohren sehr fein zu stellen, um zu hören, wie das Gras wächst und wo es Veränderungen, Zäsuren oder Umbrüche gibt, da war ich dann sofort hellhörig und hatte sofort das Gefühl, oh, hier passiert was, was ich so nicht kenne. Und das habe ich jetzt an diesem einen Begriff der Eigenverantwortung durchgespielt. Aber man kann es an sehr, sehr vielen anderen Begriffen, die für die Bitcoin-Community zentral sind, durchspielen. Total erstaunend, erstaunlich ist doch auch die semantische Karriere, die ein Wort wie Sparen gemacht hat. Sparen, das war früher aus der Perspektive einer Jugend, die sich quasi von der Elterngeneration, die sie als spießig empfand, absetzen wollte. Sparen war, man wollte nichts von der Welt. Man hatte seinen Bausparvertrag, das war Sekurität, das war im Grunde Kleinbürgertum, das es vielleicht dann zu einem Reihenhäuschen brachte. So waren diese Begriffe konnotiert. Und jetzt bekommt man eine neue Generation mit, die in dem Sparen plötzlich so einen ganz positiven, auch einen ethischen Wert sieht. Sparen gewissermaßen auch als eine Form der mentalen Selbstdisziplin. Sich nicht gewissermaßen dem sinnlosen, schuldenfinanzierten Konsum hingeben, sondern Sparen als einen Moment zu betrachten, wo man auch hier wieder das Wort Verantwortung eigenverantwortlich gegen sich selbst für seine Zukunft denkt. Und wenn man Sparen in diesem Sinne als Verantwortung gegenüber der Zukunft definiert, klingt es natürlich schon gleich viel weniger spießig und bekommt eine neue Attraktivität. Also jedenfalls auch das finde ich faszinierend und herrlich. Sparen ist jetzt zu einem positiven Begriff geworden. Soll ich noch ein Beispiel dafür geben? Ich könnte ewig so weitermachen, weil es natürlich wirklich eine komplette Transformation unserer politischen Semantik ist, was wir im Bitcoin-Space erleben. Genau, genau. Das ist aber ein guter Punkt. Wir erleben das im Bitcoin-Space. Also noch ist das ja kein Massenphänomen, dass es die Gesellschaft umpolt. Ist das deiner Meinung nach möglich, dass sich das einfach immer weiter ausbreitet? Also aus ökonomischer Perspektive, sage ich mal, ist es nicht wahnsinnig überraschend, wenn nach 50 Jahren extrem weichem Geld wieder das harte Geld zurückkehrt? Du hast selbst, habe ich in der Recherche gesehen, das schicksalshafte Geburtsjahr 1971. Ja, absolut. Weißt du, Nico, das finde ich auch so lustig. Dir als alter Goldbuck ist das natürlich sowieso klar. Aber ich bin ja seit 1971, bin ich im Jahre 1971 geboren. Aber erst seit zwei Jahren bedeutet es mir was. Erst seit zwei Jahren kann ich mich gewissermaßen in diese Epoche der Weltgeschichte nach der Aufhebung der Goldbindung einordnen und sagen, ah, du bist ein Kind der Fiat-Währung. Biografisch bin ich ein Kind der Fiat-Währung. Und das finde ich natürlich jetzt im Rückblick sehr, sehr komisch. Obwohl ich 40 Jahre lang gelebt habe, ohne mir dessen bewusst zu sein. Bist du vor oder nach dem 15. August geboren? Vor, im März, genau. Du hast es noch miterlebt. Ich habe es noch miterlebt, genau. Dieses Gefühl der Sicherheit und der Verlässlichkeit von einem stabilen Gegenwert habe ich noch miterlebt. Ich kann euch sagen, es fühlte sich gut an. Aber du hast vorher eben auch relativ aus der Hüfte eigentlich geschossen, gesagt, ja, seit 50 Jahren steht das irgendwie, Eigenverantwortung steht für Gier und so weiter. Das waren natürlich genau diese 50 Jahre. Also diese 50 Jahre reines Fiat-Geld, in denen wir solche kulturellen Höhepunkte hatten, wie ein Golden Gecko, der sagt, greed is good. Und das waren so die 80er Jahre, dann die 90er und so seit 2000 geht es bergab. Aber Sparen als Revolution, also willst du damit eigentlich sagen, dass Bitcoin etwas Urkonservatives eigentlich ist? Nein, das glaube ich nicht. Ich bin, ja, also in Bezug auf Bitcoin finde ich den Begriff konservativ sehr schwierig, weil wir einfach in der deutschen Tradition unter diesen Namen zwei sehr verschiedene politische Einstellungen subsummieren. Manchmal so im traditionellen Sinne, jetzt sagen wir aus der Mittelstandsvereinigung der CDU, ist konservativ etwas sehr marktaffirmatives. Aber es gibt natürlich genauso die andere Schule, die vielleicht eher der kulturelle Konservativismus ist, der vielleicht stärker auf Law and Order setzt, auf die Autorität von Staatsinstitutionen. Und der ist sehr oft sehr marktkritisch und überhaupt nicht in der Wolle gefärbt kapitalistisch. Deswegen hilft, glaube ich, der Begriff konservativ nicht sehr, wenn man ihn jetzt zustimmen oder ablehnen in Bezug auf Bitcoin verwendet. Dann müsste man vorher genauer definieren, welche Spielart gewissermaßen des Konservatismus man meint. Und ich würde es umgekehrt so sagen, mir scheint es vollkommen klar zu sein, dass der, zumindest in Deutschland und in Europa, natürlich nicht in den USA, aber der in Deutschland und Europa vorherrschende Geist einer ist, der sehr davon überzeugt ist, dass die Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, eher dadurch gelöst werden, dass wir auf der nächstgrößeren politischen Ebene, auf der zentraleren Ebene, dem Staat noch mehr Durchgriffsmöglichkeiten einräumen, also Kompetenzen zum Staat hin delegieren, um diese Probleme zu lösen. Man nennt es etatistisch, meinetwegen. In Frankreich spricht man von der Planifikation. Und ich würde auch sagen, in meinem eigenen Freundeskreis, wo die Leute alle sehr viel linker sind als ich, ist man generell mit dieser Intuition, da unterstelle ich, glaube ich, niemandem etwas, da ist diese Intuition, wenn es ein Problem gibt, sollten wir nach einer Lösung suchen, die jetzt nicht auf der Eigeninitiative des einzelnen Bürgers basiert, sondern von staatlicher Seite etwas vorgibt. Diese Intuition ist schnell im Raum. Und in diesem Sinne scheint mir als eindeutig zu sein, dass Bitcoin in diesem Sinne natürlich nicht links ist, sondern eben ganz stark auf der Seite der dezentralen Eigenverantwortung. Die Frage wird ja oft gestellt, ist Bitcoin politisch? Und da würde ich auch unbedingt sagen, es ist eine Technologie. Und Technologien sind erst mal neutral. Ich würde auch nicht sagen, so wie die Erfindung der Elektrizität, war das politisch? Nein, natürlich nicht. Das hat weder rechts noch links noch in irgendeiner Partei eingezahlt. Die ist sich in dem Sinne ja auch gar nicht politisierend. Es gab keine Elektropartei um die vorletzte Jahrhundertwende. Das Internet selber ist das Internet selbst politisch. Ich glaube, ich kann man auch sagen, nein, als eine Technologie steht es gewissermaßen allen Strömungen zur Verfügung und wird von allen Seiten gleichermaßen in den Griff genommen. Und in diesem Sinne würde ich auch sagen, Bitcoin ist eine Technologie. Allerdings, allerdings dann doch mit dieser eben einen Einschränkung. Die Technologie ist so bedeutend, weil sie zum ersten Mal eine radikale Dezentralität ermöglicht. Von der konnte man vorher träumen, die konnte man vorher aber nicht technisch realisieren. Und dieses Moment der Dezentralität scheint mir, zumindest in meiner Interpretation, schon eine gewisse auch politische Voreinstellung zu bedingen. auf so einer Basisebene, eben wie ich gerade meinte. Also die Dezentralität selber, der scheint mir doch irgendetwas Politisches anzuhaufen. Ab da ist es man dann frei, damit zu machen, was man will. Da kann man ein rechtslibertärer Texaner sein, der der Meinung ist, dass man dadurch die Kompetenzen des Staates, dem Staatesgenick bricht. oder wie Alec Letzien ein Menschenrechtler sein, der darin ein Mittel sieht, die anbängt zu bänken, wie es auf Englisch so schön heißt. Ab da gewissermaßen, würde ich auch denken, ist es weltanschaulich neutral. Trotzdem scheint mir diese Dezentralität doch eine politische Voreinstellung zu sein. Ich versuche es mal, wenn ich darf. Ich mache mir darüber natürlich auch viele Gedanken, weil es gibt immer diese Diskussion, dann heißt es, es ist rechts oder links oder oben oder unten. Und wir sind ja auch darauf konditioniert, genauso wie wir darauf konditioniert sind, bei Problemen erstmal nach dem Staatshof. Das heißt, die Technologie ist natürlich unpolitische Technologie. Das, was du da beschreibst, klingt für mich danach, als würde sie einfach außerhalb der Vorstellungskraft unserer parteipolitisch-etatistischen Welt liegen, weil es eben quasi ein Tool ist, das Menschen, die auf Eigenverantwortung, auf Liberalismus im klassischen Sinne pochen, erstmals die Möglichkeit gibt, überhaupt mitzuspielen. Indem es nämlich den Handlungsspielraum der Politik und des Staates langfristig einschränkt und die Finanzierbarkeit politischer Ideen infrage stellt, die ja vorher, also derzeit nicht auf dem Papier nicht infrage stelle ich. Wir drucken das Geld einfach und dann später kommt das Inflation bei der Masse an oder wir nehmen Schulden auf oder was auch immer. Und das ist das, was mich so fasziniert, weil du hast es vorher schon erwähnt, ich komme aus der klassischen Goldwelt, wenn du so willst, und überhaupt in den liberalen Zirkeln, in denen man sich bewegt, da herrscht meistens eine gewisse, ja, da hat man einfach aufgegeben. Also da hat man sozusagen gesagt, okay, wir haben schon verloren, wir können uns jetzt in unseren Zirkeln darüber beschweren, aber wirklich etwas unternehmen werden wir nicht dagegen können. Und wenn, dann müssen wir darauf hoffen, dass die Zentralbanken freiwillig den Goldstandard wieder einführen, was so schnell auch nicht passieren wird, abgesehen davon, dass der Goldstandard auch seine Tücken hat. Das heißt, wir haben es hier wirklich schon in gewissem Sinne technologisch, ökonomisch und auch politisch mit etwas Neuem zu tun. Wenn du, so wie du die Fragestellung oder das Problem jetzt profiliert hast, denke ich jetzt darüber nochmal nach und ich glaube, dann ziehe ich sogar meinen Satz zurück mit der Behauptung, dass Bitcoin als Technologie unpolitisch ist, denn du hast natürlich vollkommen recht. Und deswegen wird Bitcoin natürlich von links auch so gehasst, weil die natürlich ganz klar sehen, dass eine ganz spezifische Form von Politik, nämlich eine Politik, die die Kosten in die Zukunft verschiebt und weil sie zu feige ist, den Leuten ihren Finanzbedarf als Steuern auf die Schultern zu legen und das die Frage über die Schulden löst, für diese Form von Politik, und das ist eine politische Richtung, wenn auch eine so große Großrichtung, dass man sie fast nicht mehr links nennen kann, für diese Sorte von Politik stellt natürlich ein Geld, das nicht mehr steuerbar oder kontrollierbar oder manipulierbar ist, weil es einfach allein dem Code gehorcht, eine erhebliche Bedrohung und Einschränkung ihrer Handlungsmöglichkeiten dar. Und das finde ich übrigens soll man auch sehr ernst nehmen. Das soll man nicht einfach lächerlich machen. Das ist schon auch der Streit ums Ganze und ich bin mir meiner eigenen Intuition ja auch nie sicher und ich würde sagen, ich verstehe jeden, der nicht möchte, dass dem Staat dieses Mittel, diese Handlungsmöglichkeit aus der Hand geschlagen wird. Ich selber glaube, das ist genau das, was wir brauchen. Aber ich verstehe schon, ich kann die andere Perspektive genau verstehen, die da sagt, warum soll etwas gut sein, was die Handlungsmöglichkeiten des Staates begrenzt? Ja, weil der Staat ultimativ, wenn die Handlungsmöglichkeiten nicht begrenzt sind, eine Gefahr für Leib und Leben darstellt. Das ist geschichtlich und relativ gut belegt. Es ist ja auch nicht so, dass die, wir reden ja nicht davon, das ist ja nicht mehr dieses Twitter-Niveau, nur weil du das staatliche Handeln ein wenig einschränken willst, weil du die Steuern ein wenig senken willst, landest du ja nicht automatisch irgendwie in der Anarchie. Also da geht es ja nur um Checks and Balances, wie wir sie hatten unter dem Goldstandard, wie wir sie auch hatten, sage ich jetzt mal mit der Bundesbank, die legendär dafür war, wirklich dieses Modell einer unabhängigen Zentralbank gelebt zu haben, was allerdings den heutigen Zentralbanken eigentlich nicht mehr gelingt. Also es ist ja nicht, die deutsche Schule, Ordo-Liberal etc., die haben das schon verstanden, dass es so etwas braucht und nur das Problem ist, bei Regeln, die Menschen machen, sie werden halt im Zweifelsfall gebrochen. Naja, aber das meine ich halt. Bitcoin ist eine wahnsinnig starke oder kann zu einer wahnsinnig starken Disziplinierungsmaßnahme oder Macht für den Staat werden und wer die Handlungsmöglichkeiten des Staates nicht diszipliniert sehen möchte, weil er glaubt, dass die Probleme am besten durch ihn zu lösen sind, der wird folglich das für eine ungute Entwicklung halten. Ich bin nicht dessen Meinung, aber ich finde die Argumentation, die Logik, die hinter diesem Gedanken steht, konsistent und ich möchte die auch würdigen im Sinne von, wogegen ich mein Leben lang immer versuche, für mich selber aus Psychohygiene gewissermaßen anzukommen, dass ich den politischen Gegner in irgendeiner Weise dämonisiere. Und dazu sind wir alle immer sehr verführt. Und ein Mittel habe ich für mich herausgefunden, das hilft, dass das nicht so stark passiert, ist halt irgendwie immer diese Unterscheidung zu treffen, zu sagen, okay, ich verstehe die Logik, die deinem Denken stimmen. Ich habe eine ganz andere Einschätzung und deswegen komme ich zu ganz anderen Ergebnissen. Aber ich verstehe deine Logik und dann muss ich denjenigen nicht so in den Senkel stellen und damit fühle ich mich wohler. In der Sache sind wir einer Meinung. Ich glaube auch. Aber wo siehst du denn, dann lass uns das doch, das Pferd von der anderen Seite aufzuhäumen. Ich habe ja auch viele linke Freunde und ich komme ja so wie du aus den Medien und da kommt man um linke Freunde nicht herum. Aber die Links ist auch so, das meine ich auch überhaupt nicht böse, also um Gottes Willen. Die meisten Menschen, man sagt immer so, ja, auch der Feind im Krieg, die lieben auch ihre Kinder. Die meisten Menschen wollen doch nur das Gute. Sie haben halt unterschiedlichen Zugang. Und anders gefragt, wo siehst du denn in Bitcoin ganz klassische linke Ideale auch vertreten? Naja, da würde ich sagen, da erwische ich mich natürlich selber manchmal auch bei so einer, bei einem gewissermaßen, bei einem strategischen Reden. Denn ich selber bin immer schon ein Marktliberaler gewesen. Das heißt, die Rechtfertigung oder Legitimation des Bitcoins aus einer eher egalitären Perspektive, die bräuchte es jetzt gar nicht im ersten Schritt, um mich zu überzeugen. Trotzdem merke ich natürlich, wenn ich zu meinen Freunden rede und versuche, denen meine neue Begeisterung, Faszination zu erläutern, dass ich dann sehr stark auf solche, ja, stärker linken Ideale eingehe und versuche zu erklären, inwiefern auch dafür der Bitcoin ein gutes Mittel ist. Wo es dann tatsächlich zu einer aufrichtigen Koinzidenz beider Perspektiven kommt und das ist vielleicht dann doch der Kern, der mich jetzt im letzten Jahr so am meisten fasziniert hat, wo mir Bitcoin auch geholfen hat, etwas, was ich immer schon so gesehen habe, jetzt noch klarer zu formulieren, einfach weil es im Space immer wieder durchdacht und schärfer profiliert wird, ist einfach zu adressieren, dass wir in einer absoluten Verrücktheit seit der großen Finanzkrise leben. Eine, wo die Linken der Meinung sind, sie müssen die EZB zum Drucken von mehr Geld auffordern, so als sei die Geldvermehrung ein Akt der Solidarität, ein Akt für die Schwachen, die davon profitieren, wo es völlig erkennbar ist, dass das Gegenteil der Fall ist. Das muss ich dir ja alles nicht erklären. Stichwort Vermögenspreisinflation, die Unfähigkeit heute, die Unmöglichkeit heute für junge Menschen, Immobilien zu erwerben, wo Immobilien immer, immer der beste Mechanismus quasi für soziale Mobilität waren, für den kleinen Vermögensaufbau. Kurzum, diese groteske, diese groteske, also dass es den Zentralbanken gelungen ist, quasi ein altes Narrativ, wonach hartherzige Liberale die Geldmenge klein halten wollten, während linke Menschheitsbeglücker die Geldmenge ausweiten wollten, weil sie der Meinung waren, durch das Gelddrucken hilft dem kleinen Mann. dieses erkennbar veraltete Narrativ aufrecht zu erhalten, sodass wir zu dieser wirklich grotesken Situation kommen, wo wir eine krasse Umverteilung von unten nach oben haben, aufgrund der Geldpolitik der Zentralbanken. Dieser Widerspruch, der glaube ich irgendwie die Signatur der Zehnerjahre ausmacht, ohne dass viele sich dessen bewusst waren, den finde ich schon enorm. Und das ist so der Punkt, mit dem ich vielleicht am häufigsten in Diskussionen, das ist das Argument, das ich in Diskussionen am häufigsten einbringe, weil ich auch glaube, das ist so wichtig und so zentral. Absolut. Also am Ende des Tages, was ist eine der wichtigsten linken Forderungen, ist fairer Lohn für harte Arbeit. Genau. Und dabei wird aber die Zeitkomponente völlig vergessen. Wir sehen es jetzt in den Diskussionen, dass jetzt steigt die Inflation, also müssen die Löhne steigen. Ja, eh. Aber idealerweise würde dieses Geld, das ich ausbezahlt bekomme, auch in fünf, sechs Jahren noch seine Kaufkraft halten. Und das ist etwas, womit offenbar viele Linke oder Rote oder wie man es auch immer nennen will, auch Ökonomen völlig überfordert sind. Und das verstehe ich auch wirklich nicht. Also die Art, wie man sich lustig gemacht hat, zum Beispiel über den ehemaligen Verfassungsrichter Paul Kirchhoff, als er davon sprach, dass es, wie wenn man so eine Art Grundrecht auf Zinsen gäbe, also auf die Möglichkeit, die selbst erarbeitete Leistung über die Zeit zu retten. Da wurde er mit einem so kalten Spott abgestraft, als sei das die allerspießigste Ansicht aller Zeiten, die nur irgendwelche Hinterwäldler hätten. Und das wundert mich so ein bisschen, weil ich schon sagen würde, also diese Ethik, dass unsere Gesellschaft eigentlich doch auf dem Gedankenfuß, dass wir einer Ethik folgen, wo wir in die Zukunft denken und für uns selber sorgen wollen, uns absichern wollen. Dass das, wie soll ich sagen, diffamiert wird oder denunziert wird als ein falscher Impuls, fand ich irgendwie eigentlich schon ein bisschen skandalös. Genauso, wenn man sich über die schwäbische Hausfrau lustig macht, nicht? Das ist so das popkulturelle Äquivalent dazu, ja? Wobei man daran auch sieht, dass diese ganzen gesellschaftspolitischen Konjunkturen und Moden doch auch sehr schnell wechseln. Denn, ich würde sagen, als Angela Merkel, das war vermutlich im Jahr 2008 oder so, von der schwäbischen Hausfrau sprach, hatte sie sich damit nämlich noch keines Weges zum Spott gemacht, sondern hat immer noch einen großen Teil der Gesellschaft, der Deutschen, ich nehme dann auch an der österreichischen Gesellschaft an diesem Punkt, aus der Seele gesprochen. Es fing dann eigentlich erst so ab der Euro-Krise an, sagen wir mal so ab 2011, dass es einen großen semantischen Feldzug gegen die schwäbische Hausfrau gab. Und ab seither hieß dann, wir müssen eine moderne Geldpolitik machen und das war was, was im EZB-Turm in Frankfurt gemacht wurde. Aber wir kommen natürlich, das dürfen wir auch nicht vergessen, wir kommen an sich natürlich schon aus einer Vergangenheit oder einer Gesellschaft, in der bis vor kurzem das Ideal der schwäbischen Hausfrau kulturell hegemonial war. Und das hat sich eigentlich erst, würde ich sagen, in den letzten zwölf Jahren gedreht. Und auch hier kann ich jetzt nochmal anknüpfen, man hat immer das Gefühl, die Dinge seien unveränderlich. Sie sind es meistens viel weniger, als sie aussehen. Die Dinge ändern sich meistens viel schneller, als wir glauben. Also gerade auch diese politischen Großwetterlagen. Und ich bin ziemlich sicher, dass die schwäbische Hausfrau und welche geldpolitischen Konzepte man damit dann auch verbinden mag, zurückkehren. Das ist ja das Faszinierende für mich auch an Bitcoin. Du hast vorhin danach gefragt, also in diesem Sinne sind wir, bin ich auch irgendwie Marxist. Ich glaube, im Marxismus gibt es immer diese Vorstellung, dass die Revolutionäre die Avantgarde sind. Und dann ist von dem Transmissionsriemen, ich glaube, Lenin hat davon gesprochen, da braucht es den Transmissionsriemen, der diese Energie der Avantgarde überträgt, auf die Breite der Bevölkerung. Und der italienische, marxistische Kulturtheoretiker Antonio Gramsci hat diesen Gedanken ganz stark aufgenommen, dann reformuliert mit dem Begriff der kulturellen Hegemonie, die nämlich im Grunde davon ausgeht, dass es doch die Ideen sind, die die Welt sehr stark prägen. Und der Wandel dieser Ideen stattfindet vielleicht nicht ganz so schnell, dass man ihn immer mit bloßem Auge sieht, aber es lohnt sich zumindest an der kulturellen Hegemonie zu arbeiten. Ein Konzept, das dann interessanterweise, das ist vielfach beschrieben worden, in den Nullerjahren die neue Rechte aufgenommen hat, die sich sagte, oh, wir dürfen die Ideen nicht vernachlässigen, wir müssen quasi intellektuelle Kernearbeit leisten, damit wir auch kulturelle Hegemonie gewinnen. Und die Rechnung ist für die ein bisschen aufgegangen, würde ich sagen. Und im Bitcoin Space, das kann man auch an vielen Stellen sehen, ist auch sehr oft die Rede davon, dieses Zitat zum Beispiel, ist ein beliebtes Bitcoiner Zitat, nichts ist so stark wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Also auch Bitcoiner glauben sehr stark an die Macht der Ideen. Und das finde ich sehr berechtigt, weil Bitcoin tatsächlich finde ich noch mehr als eine Technologie oder ein Code tatsächlich eine Idee ist. Und ich glaube, wir werden erleben oder wir sehen das bereits, wie machtvoll eine Idee ist, auch wenn sie, du hast vorhin zu Recht mich da am Zügel gepackt und mich zurückgepfiffen, auch wenn sie im Moment, natürlich ist es noch ein kleiner Space, aber ich würde seine Inspirationspotenzial in die Gesellschaft hinein zu wirken, nicht unterschätzen. Und wenn man sich sieht, was letztes Jahr in den USA passiert ist, an Wandel des politischen Establishments in seinem Verhältnis zu Kryptowährungen und zum Bitcoin, dann würde ich sagen, im Jahr 2020, hätten wir uns das so nicht vorstellen können, im Jahr 2020, ich weiß es dasselbe von mir, als ich anfing, mich mit Bitcoin zu beschäftigen und auch die Frage stellte, wie viel von meinem eigenen Ersparten ich da reinbringen will, war natürlich die Hauptfrage für mich immer, okay, das große Risiko ist, was, wenn er verboten wird? Und da bin ich jetzt nicht der Einzige, ich habe das Gefühl, kein Mensch, der Bitcoin besitzt, denkt noch über diese Frage nach und treiben vielleicht, oder mich treiben ganz andere Fragen, auch verunsichernde Zweifelsfragen um, aber die haben nichts mehr mit einem staatlichen Verbot zu tun, selbst wenn die EU jetzt noch irgendwie eine besonders, eine Regulierung schafft, die für die Bitcoin-Industrie in Europa nicht günstig ist, mit einem Bitcoin-Bann wird es nicht geben. Wahrscheinlich nicht. Ich würde gerne noch einen Gedanken aufgreifen, der mir schon noch wichtig ist zu dieser kulturellen Rechts-Links-Oben-Onten-Frage. Du hast natürlich, und das ist auch für mich immer wahnsinnig schwer feststellbar, warum so viele Linke sagen, ja, druck mir mehr Geld, mehr Inflation, mehr Schulden, weil das ja schlecht ist, aber es ist schon eine Art, ohne es vielleicht zu wissen, auch eine Allianz durchaus mit der Wirtschaft. Also die Wirtschaft steht da natürlich auch dahinter, weil die lebt von dem Konsum, der da doch angetrieben wird. Also wenn du jetzt rausgehst, statt Bitcoin zu kaufen, liest du dir ja den Fernseher und zahlst den dann über 30 Monate zurück, dann kommt das im BIP an. Und gleichzeitig wirst du auch gehalten im Red Race, nicht, was sagen wir auf Deutsch, im Hamsterrad, auf Deutsch ist es der Hamster, die Ratte, wirst du gehalten im Hamsterrad, damit du das auch abbezahlst und bist deswegen natürlich auch ein guter Arbeitnehmer, nicht, der eher nicht aufmuckt und so weiter. Also da ist schon eine Allianz da. Absolut, aber natürlich keine bewusste, sondern eine, wo dann allenfalls die eine Seite der nützliche Idiot der anderen ist. Man kann das, im Übrigen gibt es ein ähnliches Parallelfinomen, das mich auch immer sehr verblüfft hat. Diese ganze, die ganze Woke-Bewegung, deren Leitfahne Diversity heißt, versteht sich ja selber auch als eine sehr linke und in der Regel dann auch antikapitalistische Bewegung. Ich versuche, den Vertretern, mit denen ich oft diskutiere, immer zu sagen oder ihnen reinzuzwiebeln, ob sie das gar nicht irritiert, dass ihre Hauptideologie, Diversity, vor allem von den großen Konzernen dieser Welt bewirtschaftet wird, weil die das ganz herrlich finden, das kostet sie nicht viel und damit können sie Werbung machen und kurzum, Diversity ist natürlich das Marketing-Tool der großen Konzerne, der globalisierten Konzerne von Adidas bis Coca-Cola. Und auch da wiederum würde ich sagen, es ist keine Allianz, sondern es ist ein Nichtbewusstsein dafür, auf welche Mühlen man gewissermaßen dann Wasser lenkt oder wo das einzahlt. Ich weiß nicht, ob die Parallele hilfreich ist, aber es gibt eine gewisse strukturelle Ähnlichkeit oder etwas, was einen dann gleicherweise verblüffen kann. Ja, also die Vogue-Kultur ist natürlich auch, die haben sie natürlich auch so weit übertrieben, dass man heute dann das schon wirklich bewusst wahrnimmt. Ich habe mir doch vorher gedacht, ja, also von der schwäbischen Hausfrau kannst du schon alleine deswegen heute nicht sprechen, weil du das Wort Hausfrau nicht sagen kannst. Da musst du auch zurücktreten. Wie wird man denn als Kind der 70er, bist du Berliner, gebürtiger Berliner? Nein, nein, ich bin Heidelberger. Wie wird man als Kind der 70er in Heidelberg, dann später Literaturwissenschaftler, Literaturkritiker, wie wird man denn da, wie du es vorher gelernt hast, marktliberal? Wie passiert denn das? Ich würde vermuten, ich habe darüber ein Buch geschrieben, dass diesem Motiv auch sehr stark nachgeht, der innere Stammtisch. Ich würde vermuten, es hat vor allem mit einer charakterlichen Deformation zu tun, nämlich mit meiner sehr starken Neigung zum Trotz. Und wenn man ein sehr trotziger Charakter ist, dann führt der Umstand, dass man immer von Linksliberalen umgeben ist, angefangen von der, von den Lehrern, die einen unterrichteten, später dann bei den Kommilitonen bis hin zu den Kollegen. Das führt dann natürlich auch eindeutig dazu, dass man sagt, das ist mir zu langweilig, dasselbe zu sagen, was die alle sagen. Wo gibt es denn alternative Positionen, mit denen man sich interessanter machen kann? Und dann ist man eben, dann ist man sehr schnell beim Marktliberalismus gelandet. Aber das wäre jetzt nur die küchenpsychologische Erklärung, an der gleichwohl, glaube ich, etwas dran ist. Erstens, zweite Erklärung, das sind jetzt nur anekdotische Erklärungen, aber zweite Erklärung, die will ich auch nicht zu hoch bewerten, aber tatsächlich war ich nach dem Abitur in den USA so sieben Monate und habe die ersten zwei Monate in einem Summer Camp am Lake Michigan gearbeitet. Und da hatte man, da teilte man immer so eine Schlafkabine mit einem anderen Kounselor. Also ich war Kounselor, man hatte so eine Gruppe von Kindern aus dem Ghetto, sagte man damals noch, Ghetto Kids aus Grand Rabbids. Und dann gab es so einige reiche Sponsoren aus der Gegend, die haben dieses Summer Camp finanziert, damit die Kinder aus den Slums oder Inner City, sagte man, glaube ich, Inner City Gebieten, mal was anderes erleben. Und mein Kounselor, mein Partner Kounselor, der war, mit dem ich wahnsinnig viel Zeit verbrachte, weil wir die Schlafkabine teilten und der war auch so ein wahnsinnig neugieriger und interessanter Typ, aber er hatte mich als Heidelberger aus dem linksliberalen Heidelberg bekommen, er verstörte mich vollständig, weil er jetzt über zwei Eigenschaften verfügte, von denen ich bisher nicht dachte, dass die mir je leibhaftig gegenübertreten würden und wenn dann nur eine Person des Leibhaftigen, nämlich er war inbrünstiger Katholik und unbedingt der Anhänger von Reagan. Und Reagan, ich hatte nur gelernt, dass es Reagan war nun wirklich, der Gott sei bei uns, dieser lächerliche Wildwest-Cowboy-Darsteller, der den Krieg der Sterne haben wollte und so weiter. Und dann fing Steve an, mir die Reaganomics zu erklären. Und weil wir aber beide so intellektuell sportliche Typen waren, machte uns das auch Spaß, den anderen jeweils herauszufordern, aber tatsächlich ist es ihm gelungen, mich ein bisschen zum Umdenken zu bringen und ich fand viele seiner Überlegungen, ich vermute vieles, was er mir damals sagte, war schon österreichische Schule, ohne dass er es dazu sagt und ganz gewiss, ohne dass ich es wusste. Und viele dieser Gedankenfiguren haben mich, glaube ich, damals schon sehr fasziniert. Als ich zurückkam und in München, wenn ich das noch erzählen darf, Nico, ich bin so ein bisschen plauderig heute drauf, das wäre jetzt die dritte Anekdote eines Einflusses. Zurück in München studierte ich Philosophie und in München gibt es auch eine Jesuitenhochschule und das fand ich irgendwie, ich habe Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität studiert, aber ich wollte auch einmal sehen, wie fühlt sich das an, Philosophie von einem Jesuiten vermittelt zu bekommen. Und insofern schau dich, was bieten die an? Und es ging mir überhaupt nicht um den Inhalt dieses Seminars, sondern ich wollte einfach irgendein Seminar von einem Jesuiten und das war, und das finde ich erst heute so richtig lustig, das war ein Seminar über Friedrich von Hayek und ich hatte diesen Namen zu dem Zeitpunkt noch nie gehört und lernte, in diesem Seminar überhaupt das erste Mal etwas über diese Überlegung, warum die Planwirtschaft zum Scheitern verurteilt ist, weil nämlich die Komplexität des Wissens, die eine Wirtschaft hervorbringt und eine Gesellschaft am Laufen hält, nie an einer zentralen Stelle abrufbar und verwaltet werden kann, sondern die Information, die in der Breite der Gesellschaft liegt, das ist die eigentliche Leistungskraft und die kann über Preissignale über das Marktgeschehen gewissermaßen produktiv gemacht werden und ich weiß, dass ich das absolut faszinierend fand und Freunden davon erzählt habe, was ich da gerade gelernt habe in diesem Seminar und die alle so, wer, von wem schmerzt du? Friedrich von Hayek ist dir schon klar, ganz übler Bursche, der ist der Kumpel da von Pinochet und dann merkte ich, okay, mit den Namen sollte man jetzt offensichtlich nicht so laut sagen und so ging es dann eigentlich auch die ganzen Nullerjahre, war dann so klar, als das Feindbild der Neoliberalismus war, erlebte Hayek ja so eine Art Negativkarriere als Abschreckungsbild und aus meinem Trotz heraus weiß ich ja, ich damals manchmal so Witze machte, ich werde so lange schreiben, bis ich irgendwann die Friedrich von Hayek Gedächtnismedaille bekomme, aber das war rein spielerisch gemeint und so war ich vollständig überrascht, als mich plötzlich mein neues Bitcoin-Abenteuer so derartig zurückführte zu den Österreichern und Friedrich von Hayek, weil ich das Gefühl hatte, ach wie schön, es gab vorher schon, also wie, und das meint deine Frage, ja offensichtlich waren vorher schon mit der ganzen Kontingenz des Lebens bestimmte Weichen gestellt worden. Wie geht es dir jetzt damit? Also dann bist du der marktliberale Literaturwissenschaftler und ich merke schon, wie kommst du durch das Berliner Leben und durch die Zeitredaktion, du bist einfach ein grundsympathischer Typ und deswegen funktioniert das, wenn du einer der eher krummeligen, unguten wärst, dann würde das vielleicht nicht so gut gehen, aber wie geht es dir? Jetzt kommt der E-Joma auch noch mit Bitcoin um die Ecke, also wie ist das im Alltag? Hast du schon Leute überzeugen können? Ja, ja, ich glaube schon, also was heißt überzeugen, es geht jetzt auch nicht um Bekenntnis, man muss ja, oder zum Nachdenken bringen. Im Sinne von, dass Leute plötzlich verstehen, dass es nicht einfach nur Spekulation oder Geldgeer ist, sondern dass da etwas zu verstehen gibt, was intellektuell sehr, sehr aufregend sein kann. Das gelingt mir, glaube ich, immer öfter. Ein toller Auftritt war auch beim Schweizer Fernsehen, Sternstunde Philosophie vor ein paar Wochen, als du mit einem Techniker von der ETH, wenn ich mich recht entsinne, diskutiert hast. Auch ein hochinteressantes Panel, nicht der Techniker, der Computer, Nerd unter Anführungszeichen, ist sozusagen eher der Skeptiker und der Bücher-Nerd erzählt uns was über die Zukunft von Bitcoin und wie toll das nicht ist. Wie kamst du in dieser Sendung und wie hast du das erlebt? Das war die Sternstunde der Philosophie und ich war letztes Jahr, irgendwann im Frühsommer letzten Jahres, war ich schon mal in der Sendung von Barbara Bleisch und Wolfram Allenberger moderiert, zwei wunderbare Philosophen und Moderatoren und da ging es um ein ganz anderes Thema und danach, wie das üblicherweise so ist, geht man essen und trinkt Wein und ich war halt damals so, das war eine schlimme Phase für meine Umwelt, ich konnte halt damals über nichts anderes reden als über Bitcoin und so fing ich halt auch da an dem Tisch wieder an und die beiden fanden das total faszinierend und meinen, was? Ach, echt? Wow, darüber sollten wir mal eine Sendung machen. So, so ist das, das war die Genese und dann hat man von Allenberger überlegt, naja, wen kann man da noch dazu einladen und deswegen wurde Herr Wattenhofer von der Informatiker, von der hochintelligente Informatiker von der ETH eingeladen und das fand ich eine wahnsinnig tolle Konstellation, weil deine Verdienste sind unbestritten, die sind sehr groß. An seinem Lehrstuhl ist das Lightning-System mitentwickelt worden. Also der steht von der Sache wahnsinnig viel, hat aber gar nicht diesen euphorischen Schwung in der Technologie etwas Weltumwandelndes zu sehen, sondern ist da immer auch im Übrigen natürlich mit so einer gewissen auch angenehmen Schweizer Nüchternheit ein bisschen skeptisch, sodass mir, dem Geisteswissenschaftler, der, wo ja die traditionelle Rollenverteilung ist, ist, dass die Geisteswissenschaftler bewirtschaften immer die Angst vor der Technologie, ja, wenn dann auf der Informatiker, Ingenieursseite so unbedenklich, der Fortschritt kommt durch die Technik und da hatten wir quasi einen Chiasmus, eine Umkehrung dieser Rollenverteilung und das finde ich immer sehr schön, weil, wovor ich mich am meisten fürchte, ist die Langeweile, die durch allzu fest betonierte Gedankenpositionen oder Konstellationen entsteht und wenn man da mal so einen Rollenwechsel hat, der ja auch nicht, der war jetzt nicht vorher so ausgedacht, aber der ergab sich dann, dann finde ich das eigentlich sehr anregend. Hattest du Angst, dass du da vor der laufenden Kamera sitzt und dir der ITler Dinge erklärt, die sozusagen, die du noch nicht bedacht hast, wo du dann deine Meinung komplett ändern musst? Ja, absolut, das hatte ich, das, damit muss ich jetzt aber immer leben, die Leute sind im Übrigen noch nachsichtiger, wenn man auf der technologischen Seite was nicht versteht, heikler wird es natürlich schon bei der ökonomischen, bei der ich ja natürlich genauso kompletter Laie bin, aber es macht gar keinen Sinn, sich für Bitcoin zu begeistern, ohne nicht anzufangen, über Geldtheorie nachzudenken und wenn man sich da einarbeitet, dann wird man irgendwann auch mal irgendeinen besserwisserischen Satz zu diesem Thema sagen und dann ist der möglicherweise auch noch falsch und das ist, ja, peinlich, ja, das Risiko, das wird immer wieder mir passieren, ist mir bestimmt auch schon ganz oft passiert, aber das Risiko bin ich bereit einzugehen, weil sonst könnte ich mich jetzt gar nicht mehr zu Wort melden und ich habe aber eine, wie soll ich sagen, eine Hilfskonstruktion, ist es eine Hilfskonstruktion oder so eine, ich habe ein gutes Alibi mir zurechtgelegt, nämlich, das Argument ist eigentlich ganz geschickt gebaut, ich glaube, da kann man, da kann man mir auch nicht reingrätschen, die Idee eines demokratischen Gemeinwesens ist doch, dass die Bürger an allen entscheidenden Fragen partizipieren durch ihre Meinung, wir wollen keine technokratische Regierung, wir wollen keine Expertenherrschaft, so wie Platons Vorstellung des Philosophenstaats, sondern wir wollen, dass die Bürger sich eine Meinung bilden zu den Issues, zu den Angelegenheiten der Republika. Die Bürger sind aber immer als Laien bei diesen Diskussionen dabei. Natürlich bin ich kein Solarexperte, trotzdem habe ich eine Meinung zu erneuerbaren Energien. Ich muss die auch haben, um zu entscheiden, ob ich lieber die FDP oder lieber die Grünen wähle. Und das ist auch akzeptiert in der Gesellschaft, bei allen Themen. Es ist akzeptiert, dass wir keine Experten sein müssen, um eine Meinung zu haben. Nur bei der Geldpolitik scheint es mir anders zu sein und das ist so verrückt. Und zwar, die wird ja auch, die ist ja in ganz starker Weise dethematisiert in gewisser Weise. Also man gibt sich wirtschaftspolitische Stammtischschlachten, ja, aber das Funktionieren des Geldsystems dahinter spielt immer kaum eine Rolle. Und da würde ich jetzt eben sagen, das kann nicht sein, das Geldsystem ist so basal für unser Gemeinwesen. Auch das muss einer laienhaften Meinung zugänglich sein, wie alle anderen politischen Fragen auch. Und deswegen nehme ich einfach als engagierter Zeitgenosse und Bürger dieses Gemeinwesens mir das Recht heraus, eine Meinung zur Geldpolitik der EZB zu haben. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der mich auch schon als Wirtschaftsjournalist auch immer gestört hat, der sich eben ganz direkt mit dem Geldsystem beschäftigt hat, dass die Ökonomen das überhaupt nicht interessiert. Also es gibt so, es gibt hunderttausend Ökonomen und irgendwie alle von ihnen geht davon aus, ja, Geld kommt bei der Notenbank raus und dann fangen wir an zu rechnen. Ja. Und meine Theorie dazu ist, das ist wirklich keine harmlose, es gab da mal den, der ist gestorben, der belgische, amerikanische Ökonom Bernhard Lieter, da gibt es ein Video von ihm auf YouTube, das kann man sich anschauen, da hat er angefangen Fragen zu stellen und er war schon relativ bekannt als Ökonom und er erzählt so auf der Bühne, wie er dann einen Anruf von Paul Krugman bekommt und Paul Krugman sagt ihm, what are you doing Bernhard, what are you doing, we do not talk about the money system. We will never get any awards. Und das passt nämlich, also der Grund dafür ist schlicht dann einfach, die meisten Ökonomen arbeiten direkt im Fiat Money System, meistens direkt bei der Notenbank, also da kommst du nicht auf die Idee, die Hand zu beißen, die dich füttert, erst recht, wenn du mit dem, womit sie dich füttert, noch genug zu spielen hast. Aber Nikos gäbe zwei Erklärungen, die eine ist die, die du anführst, die wollen das verstecken, damit es keiner mitbekommt, die andere ist, und ich habe, weil ich fange natürlich jetzt mittlerweile an, auch lauter Volkswirte, die mir begegnen, immer mit diesen Fragen zu löchern und es soll nicht eher abschneidend klingen, aber ich habe den Eindruck, die viele davon wissen es auch einfach gar nicht, also die wissen es nicht, dass sie nicht öffentlich darüber reden wollen, sondern sie machen sich, also ganz viele der Fragen, die sich mir aufdrängen, durch ungesund, übermäßigen Konsum von Bitcoin-Podcasts weltweit, mit diesen Fragen gehe ich dann immer, wo sich mir die Gelegenheit ergibt, zu irgendwelchen Erfolgswirten, und in der Regel ist es nicht so, dass die dann einfach sagen, so ein Unsinn, die Sache sieht so und so aus, sondern die verstehen meistens die Fragen, mit denen ich ankomme, schon gar nicht, als würden, die brennen ihn gar nicht unter den Nägeln, und das finde ich, das treibt mich in letzter Zeit sehr, sehr um, weil ich zugebe, dass ich manchmal auch das Gefühl habe, mit meinen neuesten Ansichten, so ein bisschen, natürlich die Gefahr ist, bin ich selber der Geisterfahrer, bin ich quasi brainwashed von einer Sekte namens Bitcoin, und bete deren Glaubenssätze nach, während natürlich die ganze Welt um mich herum mit ihren akademischen Titeln und Zertifikaten und ihrem Expertenwissen weiß, dass das reiner Mumpitz ist, dann wäre ich der Geisterfahrer. Diese Angst, namentlich, weißt du, wäre ich Brückenbauer, wäre das vielleicht nicht so schlimm, aber mein Beruf ist ja tatsächlich ein bisschen öffentlich, und zwar öffentliche Meinung vorzuführen, das heißt, die Gefahr, sich absolut lächerlich zu machen, ist schon dann auch eine existenzielle, ja, die kann ich nicht so ganz leicht auf die, kann ich nicht so ganz auf die leichte Schulter nehmen, und, und dann versuche ich mir immer, das genau anzuschauen, weil es ist vollkommen klar, woher ich meine neuen Informationen und Argumente und Meinungsbilder habe, die sind, das macht Bitcoin aus, zu einem erheblichen Teil entstehen die in der Podcastsphäre, die unglaublich produktiv ist, darüber können wir gerne, wenn wir Zeit haben, auch noch reden, weil das macht auch für mich ganz viel der Begeisterung aus, wie sich die Idee Bitcoin als eine Podcast-Evolution gewissermaßen verbreitet, wo jeder von überall auf der Welt etwas beitragen kann, aber kurzum, ich will sagen, ich weiß, woher ich meine Informationen habe, und dann schaue ich mir natürlich auch die an, wer sind die Leute, die diese Überlegung anstellen, und da fällt mir sehr grob etwas auf, es sind in der Regel, du bist die Ausnahme für den deutschen Raum, und ich hoffe, dass du diese Seite noch sehr viel stärker machst, es sind in der Regel in der amerikanischen Podcast-Welt keine Professoren, niemand, der von der Universität kommt, sondern es sind in der Regel Analysten oder Hedgefondsmanager, Leute, die irgendwie aus dem praktischen Investieren kommen, die all diese Fragen zu den Staatsschulden, zu den Treasuries stellen, zur Zinspolitik stellen, es sind dann, wenn überhaupt in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum auch sehr interessant, wenn es mal Professoren sind, dann sind sie sehr oft Schweizer, ich habe das nicht nachgebrückt, das ist jetzt meine subjektive Empirie, sind sehr oft Schweizer, es sind aber so gut wie nie Professoren von, mit wenigen Ausnahmen, Professoren von deutschen, Hochschulen. Das heißt, eine Erfahrung, die ich als Geisteswissenschaftler natürlich in den letzten zehn Jahren in Bezug auf die Geisteswissenschaften schon gemacht habe, dass die Akademia sehr homogen ist in ihren intellektuellen Weltbildern. Bisher dachte ich immer, naja, das ist die Erbärmlichkeit der Geisteswissenschaften, jetzt habe ich das Gefühl, das gilt genauso für die akademischen Volkswirtschaftswissenschaften, Fakultäten in Deutschland. Ein Gegenbeispiel wäre zum Beispiel Thomas Mayer, frühere Chefvolkswissenschaftler der Deutschen Bank, auch wieder niemand, der von der Universität kommt. Also die Frage, das finde ich eben dann doch interessant, wo findet eigentlich überraschendes, heterodoxes Denken statt? Wofür wir ja eigentlich die Universitäten finanzieren, das ist doch die Idee. Warum sind Professoren, Beamte auf Lebenszeit? Weil die sehr, sehr, sehr verrückten Gedanken nachgehen können, die vielleicht falsch sind und über die sie stolpern und von denen sie sich dann wieder trennen müssen. Das ist ja eigentlich die Idee hinter diesem Finanzierungsmodell. Im Ergebnis produziert die Universität aber in erstaunlich hohem Maße Homogenität. Und das finde ich natürlich ein bisschen enttäuschend. Du hast ja vorher diese Kraft und die Macht der Idee an sich beschrieben. Aus marxistischer Sicht aber auch Ludwig von Mises, der alte Austrian, hat dazu einige kraftvolle Zitate hinterlassen. Und es scheint so, als würde er vielleicht recht haben bei dieser Bitcoin-Geschichte. Und darüber möchte ich unbedingt reden, wo und wie sich das quasi die Information, der Netzwerkeffekt der Information fortpflanzt. Das ist einerseits faszinierend, weil es da so viel nachzudenken gibt. Du hast vorher gesagt, die Ökonome beschäftigen sich nicht mit der Geldtheorie. Jetzt beschäftigen sich plötzlich Hunderttausende weltweit in ihrer Freizeit intensiv mit diesem Thema. Und damit konnte wirklich niemand rechnen. Absolut. Und sie bedienen sich dabei an neuen Technologien, neuen Medien, die wirklich, und mich hat das immer schon fasziniert. Ich wollte immer nur Journalist werden, das war mein Lebensziel. Aber mich hat immer schon fasziniert, dass dann das Internet aufkam. Ich war damals noch in der Schule. Hier kannst du eine eigene Website machen. Du machst, dann machst du einen Blog, dann bist du auf Twitter. Jetzt machst du Newsletter, Podcast, YouTube. Also die Tatsache, dass ich auf gut Deutsch, die Tatsache, dass ich kein Medium mehr brauche, um mit der Welt zu kommunizieren, ist einfach, ist für mich großartig. Und ich bin in der privilegierten Position, das jetzt auch machen zu können. Übrigens über diese existenziellen Gedanken brauchst du mir nichts zu erzählen, weil ich rede auch in der Öffentlichkeit darüber. Und ich schütze mich dann zumindest, dass ich sage, okay, ich mache Bitcoin, aber nicht den Rest der Kryptowelt und solche Dinge. Aber gut. Wo fangen wir vielleicht persönlich an? Weil Bitcoin ist immer eine sehr persönliche Geschichte. Also wo hat deine Reise in dieses mediale Rabbit Hole auch begonnen? Wann hast du, wie bist du bei Bitcoin aufgeschlagen? Was war so der erste Podcast, den du gehört hast? Weißt du das noch? Ah, das ist, das ist, obwohl es noch nicht lange zurückliegt. Wenn man etwas das erste Mal macht, ist das Problem ja, dass man in dem Moment nicht weiß, dass man es das erste Mal macht. Außer eine Sache. Ja, 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 wenn es da so ein ganz klares erste Mal nur immer gäbe. Ich muss wirklich nachdenken, aber ich weiß natürlich, es war eine englische Podcast, es war auf jeden Fall Guys One, wie heißt denn der? Bitcoin? Bitcoin Audible. Bitcoin Audible, ah ja, genau. Der war, stimmt, der hat mich am Anfang am stärksten beeindruckt. Interessanterweise bin ich dem am stärksten untreu geworden. Ich kann nicht genau sagen, warum. Die intellektuelle Substanz oder das Niveau ist ja wahnsinnig hoch. Also Guys One, Guys One liest, also damit jetzt mal auch erklären, Guys One, der Amerikaner, der liest Texte aus der Bitcoin-Welt vor, quasi als Audiobuch, hat glaube ich schon 500 Folgen und dieser Werder, liest toll und spricht dann auch ohne Absatz, perfekte Erläuter, das was er vorliest, später auch und kommentiert ist. Vielleicht bist du im Absolut nicht geworden, weil es einfach zu viel ist. Vielleicht, das könnte sein. Ich weiß aber, durch ihn habe ich Gigi kennengelernt und das war, glaube ich, so eine der machtvollsten Konfrontationen mit einer Idee, also diese ganze Überlegung, was ist der, dass Energie der einzige Link zwischen der physischen und der digitalen Welt ist. Darüber hatte ich vorher nie nachgedacht. Es gab gewissermaßen auch gar keinen Anlass, darüber nachzudenken und dass das aber der Clou von Proof of Work ist, dass diesen Gedanken auszukosten, quasi wie einen sehr, sehr guten, reifen Schluck Wein, davon, ja, den kann man, diesen Gedanken kann man wie einen Schluck Wein gar nicht lang genug im Mund haben und darauf herumkauen. Aus dem lässt sich, glaube ich, viel entfalten. Ja, deswegen bin ich doch Guy Swan auch sehr, sehr dankbar, weil er mir Gigi näher gebracht hat. Aber ich weiß, in dieser frühen Phase, ach, da gab es viele tolle Sachen, die er vorlässt, zum Beispiel auch von Anthropologen, der eine anthropologische These zu Bitcoin hatte, das hatte mich damals auch so fasziniert, weil ich dann sah, ach so, es gibt viele verschiedene Zugänge, jede Fakultät der Universität, wenn man so möchte, jede Gedankenwelt kann sich einen eigenen Zugang da erarbeiten. Robert Breedler hat natürlich eine große Rolle gespielt, What is Money? Und dann kommt man relativ bald, das ist auch eine interessante Erfahrung, ja, genau, dann kommen wir natürlich relativ bald zu Michael Saylor und der verkörpert für mich vielleicht am besten oder an dem kann ich am stärksten meine eigene Affiziertheit und Wandlung ablesen, weil für mich ist natürlich dieses Eintreten in diese Bitcoin-Welt auch eine mit einem kulturellen Fremden auf vielen Ebenen, auf der simpelsten und einfachsten natürlich, ich bin eigentlich in der Regel immer älter, das stimmt nicht so ganz, aber oft, wenn ich die Jungs von 21 habe, dann sind die einfach viel, viel jünger als ich, es gibt also ein Generation. Außer Markus Turm, der ist ungefähr in deinem Alter. Recht? Ach, ich habe dir immer viel jünger eingeschickt. Nein, nein, ich weiß, ich will ihn nur ärgern, ich will ihn nur ärgern, wenn er noch zuhört. Also sowas Generationelles, aber dann viel stärker, naja, ich bin ja, wie gesagt, ein Geisteswissenschaftler, ich komme aus der Welt des Feuilletons, die hat sowohl mit der IT-Seite von Bitcoin wie mit der Ökonomie-Seite von Bitcoin gar nichts zu tun. Das sind auch einfach andere Habitus, anderes Vokabular, andere Redeweisen, andere Witze, andere Ironien und so weiter. Aber das ist etwas, was mir immer gefällt. Ich gehe immer ein wie eine Pflanze, die nicht gegossen wird, wenn ich zu sehr von meinesgleichen umgeben bin. Und ich finde es deswegen eigentlich immer, ich weiß, ich hatte mal vor zwei Jahren so ein kleines Häuschen auf dem Land gekauft und hatte dann ständig Handwerker da. Und ich muss sagen, ich fand es so wohltuend und erfrischend, einfach mal so einen anderen Kommunikationscode zu haben und ich stand quasi immer neben den Handwerkern, einfach um mit denen zu reden, um neue Worte, neue Vokabulas, neue Gedankengänge kennenzulernen. Und so ein bisschen diese Art des kulturellen Fremdens gibt es natürlich auch in Bezug auf Bitcoin. Und da habe ich es eben so stark gemerkt, als mir das, und das war, daran kann ich mich, an dieses erste Mal kann ich mich erinnern, als ich das erste Mal Michael Saylor auf YouTube sah, dachte ich mir, Oweia, Oweia, nee, nee, das ist jetzt wirklich nichts für dich. Oh Gott, was für eine furchtbare Figur. Die verabandt gewissermaßen alles, was man in der Phyotonisten-Welt für verachtenswert hält. Der war bei der Navy, bei den Marines, glaube ich, hat Raumfahrttechnologie studiert, der redete mit einer Emphase oder mit einer Lautstärke, die irgendwie jetzt nicht distingiert klang. Der gebrauchte ständig martialische Metaphern und fand das ein Argument, dass man an den Bitcoin-Code nicht kommt, selbst wenn man erschossen wird, dann nimmt man ihn mit ins Grab. Also eine größere kulturelle Fremdheit als zwischen mir und Michael Saylor war gar nicht vorstellbar. Und heute bin ich der glühendste Verehrer und hänge an seinen Lippen und kann es nicht genug bekommen. Bin so dankbar, dass er so oft sich äußert, weil ich kann gar nicht, also, und daran merkt man dann, wie man sich selber wandelt. Und das finde ich so interessant, weil die, bei Bert Brecht gibt es doch diese Keuner-Geschichte, wo Herr Keuner jemanden trifft und da sagt dieser andere Mensch zu ihm, oh, wir haben uns lange nicht gesehen, sie haben sich ja gar nicht verändert. Und dann schreibt Brecht, Herr Keuner drehte sich um und erbleichte. In Wahrheit ist das nämlich eine Schreckensvorstellung, für mich auch, wenn man sich gar nicht verändert. Und an meinem Verhältnis zu Michael Saylor zwischen anfänglichen kulturellen Fremdeln zu bedingungsloser Gefolgschaft kann man meinen inneren Wandel gut ablesen. Du hast vorher Gigi erwähnt, und es ist ja, also es ist ja technisch so, wenn wir jetzt über das Podcasten reden, es ist ja technisch tatsächlich so, dass das Podcasting 2.0, Value for Value, Gigi ist da auch ein großer Proponent, tatsächlich direkt mit Bitcoin zusammenhängt. Also es gibt ja die Möglichkeit und schaut's gehen raus an alle, die schon so lieb waren und uns ein paar Satz rüberschicken und ich werde auch mal die Botschaften, so sie kommen, werde ich sie auch mal vorlesen, aber es ist für mich eine faszinierende Entwicklung, du kannst dann also, wir haben das auch bei den Medien natürlich miterlebt, ja jede Form von Microtransaction, Versuch, Abo, was auch immer, haben wir miterlebt und jetzt gibt's das tatsächlich für dieses Podcast, das ist das Technische und gleichzeitig macht's für mich auch Sinn, weil du musst ja, wenn Bitcoin wirklich quasi die ganze Welt, also in der Basis verschiebt, dann musst du auch die Medien neu bauen. Dann musst du quasi die gesamte Perspektive ändern und was Bitcoin eben zeigt, auch innerhalb der Welt ist eben diese Kraft der Ideen und das ist schon unfassbar faszinierend, der Gigi, alle sind begeistert, jeder kennt Gigi, aber keiner weiß, wie er aussieht, keiner weiß, wie er wirklich heißt, wir wissen, er ist Österreicher und hält die Fahne der Austrian School of Economics in einer modernen Welt hoch, aber er hat sich ausschließlich mit der Kraft seiner Ideen und seiner Gedanken und seiner Texte einen Namen gemacht in diesem Space und ich erlebe das immer wieder. Alle paar Wochen kracht einer rein mit einem Essay, wo alle sagen, wow, hast du das schon gelesen? Und ganz egal, wo er herkommt, Credentials interessieren niemanden. Also das ist schon, das ist auch Egalität, ja nicht? Ja, und da gibt es Value for Value, dann springt die Dezentralität des Bitcoins als Bezahlsystem oder als Wertspeichersystem über in die Podcast-Welt und schafft, ermöglicht auch da dann neue Dezentralitäten. Also Dezentralität kann dann viral gehen, das wäre zumindest eine Wunschvorstellung. Ich meine, wir müssen das jetzt zum Beispiel mal genauer anschauen, wenn der Deal durch ist und Elon Musk Twitter kauft. Das ist ja auch eine Theorie. Hast du eine Theorie? Ich habe keine Theorie, aber ich finde nur diesen Gedanken, doch interessant, jetzt gehört jemand ein Twitter, der sich bisher oft zu Kryptowährungen bekannt hat und ein Anhänger von Dezentralität ist. Sein eigener Kaufakt ist eine Form der Zentralisierung. Vorher hat das Teil, war das Public, das hat es vielen gehört. Künftig hin wird es nur noch einem gehören. Gleichwohl, also nicht gleichwohl, sondern das muss man auch erstmal konstatieren. Vielleicht wird er aber irgendetwas einführen, was dann wiederum zu einer, über ein Coin, zu einer neuen Governance-Struktur von Twitter führt. Ich weiß es nicht, ich will nur sagen, eigentlich wäre er jetzt gefragt als der Visionär, der er ist und als ein Anhänger von Dezentralität, seiner eigenen Eigentümerschaftszentralität irgendwie noch ein Gegenprinzip zu geben. Also es ist jedenfalls spannend zu beobachten, wie wird er mit Twitter umgehen. Also nachdem Jack Dorsey, der Twitter gegründet hat und ein großer Bitcoin-Fan, großer Fan von Dezentralität und auch von diesem Internet, war das das Web 1 oder war es vielleicht sogar das Web 0.1, also dieses wirklich dezentrale, aufregende, neue Internet, das wir noch miterlebt haben, weil wir alt genug dafür sind, auch irgendwo verehrt und er hat gesagt, Elon ist okay, also da muss man ihm auch irgendwie vertrauen. Ich meine, wer weiß mehr über Twitter als Jack Dorsey? Ich nicht. Verbringst du viel Zeit auf Twitter? Ich glaube, ja, also zum Beispiel, wenn ich mich im Vergleich mit meiner Freundin verbringe ich mein halbes Leben auf Twitter, aber das ist, glaube ich, unvermattlicher Journalist. Ich gehöre auch nicht zu denen, die Twitter stark geizeln, weil ich auch immer da, auch da, wenn man so stärker auf der Seite der Eigenverantwortung bin, na klar kann das ein Doomscrolling, ist nicht immer der psychischen Gesundheit zuträglich, aber ich finde schon auch, dass man erwachsene Menschen zutrauen sollte, ihren Medienkonsum zu steuern und zu kontrollieren, auch wenn das Incentive-System, wir wissen es, der Algorithmen, verführerisch ist, zu viel Zeit zu verbringen. Nein, ich würde sagen, ich habe kein Addiction-Problem mit Twitter, aber das würde jeder Addiction-Problem sagen, nicht? Nein, ich kenne viele, die sagen, sie haben ein richtiges Problem damit. Das ist auch mittlerweile so gesellschaftsfähig, man darf dieses Problem zugeben, dann gilt man sogar fast als besonders selbst aufgeklärter oder bewusster Zeitgenosse, der von seinen eigenen Abgründen weiß und da würde ich sagen, nee, ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen, ich schaue bestimmt auch fünfmal am Tag bei Twitter rein und ich muss auch sagen, ich würde zumindest für mich behaupten, dass es mir irgendwie ganz gut gelingt, so einen Stoizismus aufzubringen, damit das Hässliche an Twitter, also das allzu starke Ernstnehmen der eigenen weltanschaulichen Überzeugung und den daraus resultierenden Affekten, dass mich das relativ kalt lässt und nicht triggert. Ich bin auch nie versucht, dann, wenn jemand etwas reinschreibt, was ich für unerträglich halte, drunter zu schreiben, was unerträglich ist, sondern es ist mir völlig klar, dass Millionen Menschen völlig verschiedene Gedanken haben und jetzt lernt man sie halt kennen durch das neue Medium. Früher wusste man nicht, dass die anderen Menschen diese Gedanken haben, jetzt bekommen wir es immer mit. Das lässt mich aber relativ kalt, würde ich sagen und wenn ich das zur Seite schiebe, dann würde ich es verteidigen als schon eine Quelle der Anregung und zwar jetzt nicht nur als Bitcoiner, aber natürlich auch als Bitcoiner gibt es einfach wahnsinnig viel analytisch kluge Sachen, die man da weiterführende Verlinkungen in Wissensbereiche, an die ich sonst nicht angedockt wäre. Das kann ich aber auch komplett unabhängig von Bitcoin bei anderen Themen schon auch sagen, das hat schon eine größere Chance in der Entgrenzung der sozialen Medien. Die Entgrenzung ist natürlich ein Problem, der dann einsetzt in Informationsverarbeitung, aber erstmal eröffnet es aus einem weiten Horizont. Also ich würde da so, da würde ich jetzt versuchen technokratisch neutral über das Medium zu reden. Mein Bruder ist Arzt und erzählt immer wieder davon, dass er einfach auf Twitter ist, weil wenn er ein spezielles Problem hat, dann erreicht er über Twitter Korrifäen am anderen Ende der Welt in ihrer Mittagspause und die, wenn sie seinen Tweet sehen, geben sie ihm eine Antwort, einen Hinweis und das ist eine Bubble, die würden wir nicht betreten, nicht verstehen, nicht? Aber das ist nur eine von vielen. Der ganze Elon Musk-Kauf hat mir schon viel Gedanken gemacht auch über Twitter, auch über mein eigenes Handel und ich bin schon drauf gekommen, auch als Medienmensch, es erfüllt so wirklich, er nennt es Town Square, aber es erfüllt so ein bisschen die Rolle eigentlich der Zeitung heute und es hat in letzter Zeit auch mit der Wirtschaftskrise, der Pandemie und jetzt natürlich dem Krieg enormen Relevanz gewonnen und bei mir ist es schon so weit, dass ich, du hast vorher gesagt, der was, der weite Horizont, nicht? Das ist eine alte FATS-Werbung, daher kommt das, oder? Nee, glaube ich nicht. Der große Horizont, der weite Horizont. Wenn, klingt jetzt immer nach Neuen-Zürcher Zeitung, aber dem Gesamtbild zuliebe, aber die FAZ-Media steckt immer ein kluger Kopf, das war doch der Slogan der FAZ, oder ist es? Ja, ich glaube, das war vorher, wenn ich mich nicht rechnen ziehe, aber ist egal, jedenfalls die, ich ertappe mich sogar dabei, dass ich dann, wenn ich was suche nach einer neuen Nachricht und ich gehe gar nicht mehr auf Google, ich gehe direkt auf Twitter. Ja, ja, absolut. Und das ist schon eine Hochinteresse, aber gut, auch wenn ich jetzt noch unbedingt noch eine Stunde mit dir sprechen möchte, müssen wir schon langsam zum Ende kommen, nicht schon mal. Wie steht es denn jetzt? Genau, Nico, bevor wir zu Ende kommen, müssen wir noch so ein paar Aspekte ansprechen, wo ich dann eher der bin, der dich fragt, weil du dich da so wahnsinnig gut auskennst und da würde ich gerne von dir auch so ein bisschen Aufklärung bekommen. Ich habe doch vorhin ein bisschen darüber geredet, dass ich quasi meine große Lebensangst immer die der Petrifizierung ist, also dass die Dinge erstarren, also dass so quasi in der Orthodoxie der Wiederholung vorgegebene Antworten und das ist, dass ich das selber immer als spannend finde, wenn das Leben was mit einem macht, dass man in so ein anderes Gewässer, in anderen Ozeanen geworfen wird, wo man dann neu schwimmen lernen muss. Jetzt ist meine Frage, natürlich ist dann aber auch der Bitcoin-Space selber auch in der Gefahr, irgendwann orthodox zu werden. Das ist völlig unvermeidlich, so ist es in Kommunikationsgemeinschaften. Vielleicht sogar ist die Gefahr so besonders groß, weil alle Bitcoine, stelle ich mir vor, fingen ja gewissermaßen am äußersten Rand der Gesellschaft an, ja, als Nerds, als Verrückte, wo sie keiner ernst genommen hatte. Das heißt, die hatten über einen sehr langen Zeitraum das, was ich vorhin das Geisterfahrer-Problem hatte, in viel stärkere Weise, als es heute der Fall ist. Die mussten also ihre abweichenden Meinungen immer ganz und gar aus eigener Kraft und neu herbei argumentieren, weil es noch keine breitliegenden Erklärungsmuster gab. Wie es für die orthodoxen Meinungen, die sind ja auch deswegen orthodox, weil es immer ganz viele Formulierungsmuster gibt. Wenn du dann eine bestimmte Ansicht hast, die orthodox ist, weißt du genau, welches Argument, dann sagt er, du ziehen musst. Die Phrasen liegen bereit. Und das führt natürlich dann in so einer jungen, geistig hochmotivierten, in einem jungen, geistig hochmotivierten Biotop wie dem Bitcoin-Space dazu, dass nach und nach immer mehr überzeugende Formulierungen und Argumente für bestimmte Fragen herausgearbeitet werden. Und jetzt kommt das im Moment der Gefahr, dass diese Meinungen dann ihrerseits orthodox werden. Das heißt, das, was mich am Bitcoin-Space am meisten manchmal nervt, ist, dass ich das Gefühl habe, wir sind jetzt selber schon in einer Phase, wo wir bereitliegende Formulierungsmuster auf bestimmte Fragen einfach nur noch so den Knopf drücken und es dann so runterrattern. So ein bisschen wie bei Monty Python gab es doch mal diese herrliche Gesellschaft, wo sich die Leute Witz erzählten, aber die hatten die Witze einfach durchnummeriert und erzählten die gar nicht mehr, sondern sagten einfach nur noch die Nummer und alle lachten sich tot, weil sie wussten, was gemeint ist. Und so ein bisschen haben wir das im Bitcoin-Space auch. Cantillon-Effekt. Irgendwer sagt was und dann sagst du, Cantillon-Effekt. Ah, Vermögenspreisinflation. So, und ich meine nicht damit, dass das alles falsch ist, sondern wir sind natürlich so, wir sind einfach ein bisschen in der Gefahr, dass wir uns jetzt schon eine eigene Semantik ganz toll erarbeitet haben und ab sofort wird es dann ein bisschen wohlfeil, sie runterrattern zu lassen. Und da muss man irgendwie, da müssen wir uns quasi selber ein Stachel im Fleisch sein, dass das nicht passiert und daher meine Frage, ich versuche es zuzuspielen auf diese eine Frage. Wir lebten doch jetzt ganz lange von dem Paradigma, dass der Bitcoin eine Antwort auf die Geldmengenausweitung ist und deswegen umso erfolgreicher sein wird, je stärker die Inflation. Die Bitcoin haben schon ganz lange vor der Gefahr der Inflation gewarnt und geredet und es war natürlich immer auch so ein bisschen eine paradoxe Redesituation, weil dahinter sich ja auch verbarg, wenn sie kommt, die Inflation, profitieren wir Bitcoiner natürlich davon und jetzt ist die Inflation da, okay, wir wissen, sie war auch vorher da, aber jedenfalls die Warenkorbinflation, wie sie das offizielle Maß ist, die ist nun da und für alle erkennbar und seit drei Monaten geben es sogar die Zentralbanken zu. Interessanterweise hat es aber überhaupt keinen Preiseffekt auf den Bitcoin gehabt und ich finde, darüber muss man dann schon auch nochmal ein bisschen mehr nachdenken. Das gleiche gilt ja, du bist, das finde ich auch sehr faszinierend, darüber würde ich auch gerne mit dir lange reden, du kommst ja noch aus der alten Goldwelt und auch Gold hat ja nun seit die Inflation so um sich greift überhaupt keinen großen Preisauftrieb gehabt. Also wir haben ja Inflation, ja, wenn man jetzt ganz, ganz basic bleibt, Inflation nach der österreichischen Definition ist die Ausweitung der Geldmenge, Teuerung ist eine Folge, aber Teuerung ist nie ein Trend, der irgendwie festzumachen ist, wir versuchen es mit einem allgemeinen Aggregat, aber du hast eine andere Teuerung als ich, du lebst in Berlin, hast andere Konsumstrukturen, was auch immer. Inflation, die Ausweitung der Geldmenge lässt sich einigermaßen messen, das tun die Notenbanken auch und in der Pandemie wurde Geld ausgeschüttet und zwar wirklich anders als noch nach der Finanzkrise ging dieses Geld auch wirklich direkt teilweise der Scheck auch an die Menschen. So, das Erste, was wir getan haben, ist unsere Sparquote raufzuschrauben. Warum? Weil wir eh nicht wussten, was wir mit unserem Geld tun sollen. Weil wir Lockdown hatten, wir konnten es ja gar nicht aufgeben. Genau, das ist die akute Phase der Pandemie und da sind ja nicht nur Bitcoin, sondern auch Gold und auch die Aktienmärkte sind ja komplett explodiert und das ist ja auch etwas, das ich auch nie ganz verkraften werde in diesem Fiat-Money-System, ist das so, ist spätestens seit der Krise eigentlich 2008, ist, da bricht die Welt zusammen, fast, da reden wir davon, dass wir das Wirtschaftssystem hat einen Herzinfarkt, wir sind fast umgefallen und vier Tage später gehen die Kurse wieder rauf, als wäre nichts gewesen und wir haben das alles vergessen, weil frisches Geld und so weiter. Das heißt, diese Asset Price Inflation ist die direkte Folge der Geldmengen-Inflation und zwar deswegen, plastisch gesehen kann man das so sich vorstellen, weil Märkte frontrunnen sozusagen die eigentlichen Dinge immer. Also deswegen, also jetzt, wo es in der Zeitung steht, dass die Inflation schon da ist, hat das zwei Effekte oder mehrere Effekte. Erstens, die Menschen merken ja, das ist ja wirklich so, es ist ja nicht nur, die Inflation ist ja nicht nur in der Zeitung, sondern wir merken es ja im Alltag, was dazu führt, dass wir unsere Ausgaben möglicherweise einschränken und das erste, was wir einschränken werden, sind unsere Ausgaben für Finanzanlagen, weil die brauchen wir nicht akut. Zweitens haben wir, haben wir, es kommen die Notenbanken dann und die Notenbanken reagieren natürlich auf, auf diese Inflationszahlen mit eher einer zurückhaltenden Politik, einer hawkischen Politik, sie erhöhen vielleicht sogar die Zinsen, das heißt, wenn ab dem Zeitpunkt, wo die Notenbanken signalisieren, Inflation ist ein Problem, ist jeder Anstieg der Inflation schlecht für die Kurse von Risk Assets und Bitcoin wird jetzt schon noch immer als Risk Asset gehandelt, wobei es da Ja, aber da müssen wir doch dann auch mal ein bisschen ehrlicher darüber sein, dass wir ganz lange anders geredet haben, da haben wir nie davon geredet, dass Bitcoin eine Risk Asset ist, sondern im Gegenteil, die Versicherung gegen Volatilität, die Versicherung gegen Fiat-Währungen Ja, 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 Fiat, langfristig auf jeden Fall, ja, langfristig, ich meine, Zoom out, ja, also es ist ja auch gestiegen von 3.000 auf 60.000 Dollar, also diese, das war ja da, die kurze kursfristige Inflationshedge, der sofort reagiert, ich weiß nicht, ob der überhaupt existiert, dass du quasi dich gegen eine akute Geldentwertung so schützen kannst, dass du als einziger davon nicht, du kannst eben vorher schon investiert sein in diese Asset-Price-Inflation, aber nur weil es in der Zeitung steht und auch Inflation hat ja auch noch den zusätzlichen Effekt, dass wenn die Preise mal zu teuer sind, dann hören wir auf zu kaufen und dann gehen die Preise wieder runter mit der Wirtschaft und ich glaube, was wir jetzt sehen werden, da hänge ich mich jetzt weit aus dem Fenster, aber man kann es schon beobachten, die Immo-Sache, die Immobilien werden jetzt langsam, denn dann geht es jetzt an den Kragen. Ja, das hört man jetzt schon aus den USA-Preisrückgängen, gell? Und auch vollkommen zu Recht und auch die Aktien, Zoom ist jetzt wieder auf dem Niveau von vor der Krise, Netflix kracht runter, weil sie plötzlich weniger, also da ist so viel Funny Money drinnen, dass die auch schon wahnsinnig volatil werden und jetzt natürlich an den Märkten warten wir jetzt nur darauf, dass es so schlimm wird, dass die Notenbanken sagen, okay, bis hier hin und nicht weiter, aber jetzt drücken wir wieder und dann passieren solche völlig absurden Dinge, die ich, so wie gestern, dass die US-Wirtschaft stärker runtergeht als erwartet, woraufhin die Aktien steigen, weil sie erwarten, dass die FED dann die Zinsen nicht anheben kann, was natürlich kein Mensch verstehen kann, also man muss sich einfach, man muss halt am Ende des Tages sagen, sich auf den Markt auch verlassen und nicht glauben, man ist schlauer, everything is priced in und wer glaubt, er kann das Ganze navigieren, wird meistens aufs Maul fallen, kann ich nur selber sagen, ja, weil ich, jedes Mal, wenn ich geglaubt habe, ich bin so schlau, ich mache jetzt was, dann ist es nach hinten losgegangen. Das ist sehr interessant, es leuchtet mir sehr ein, was du sagst, darf ich noch eine Frage gleichwohl nachschieben, es gibt... Darf ich noch einen Satz sagen, einen Satz noch, es ist ganz wichtig auch bei, das ist unabhängig jetzt von dem, was jetzt passiert, wenn ein Asset so stark steigt wie Bitcoin seit 2020, dann muss, der Markt muss das verdauen, da muss eine Phase der Korrektur und auch eine Phase der Seitwärtsbewegung einfach kommen, das hast du bei allen Assets immer, ja, und wir hatten, was wir nicht hatten, dieses Mal bei Bitcoin allerdings, was ich ganz faszinierend finde, ist, was wir nicht hatten, ist die parabolische Übertreibung, also es gab keine eigentliche Blase. Interessant, interessant. Ein anderes fundamentales Narrativ in der Bitcoin-Welt lautet so ungefähr die Fiat-Währung sind kaputt und am Ende und sie werden dieses System, das bisher durch nur immer neue Schulden gestützt wurde, nicht mehr weiterspielen können, weil quasi eine Obergrenze erreicht ist und wenn man versucht, gegen die Inflation vorzugehen, indem man die Zinsen erhöht, dann treibt man die überschuldete Welt auf Unternehmens- wie auf Staatenebene in den Konkurs. Jetzt gewissermaßen gilt's, gilt's, hier gilt's der Kunst. Jetzt sind wir tatsächlich in diesem sehr spannenden Moment, wo die Zentralbanken anfangen gegenzusteuern oder zumindest die FED anfängt gegenzusteuern und zwar, du sagtest gerade selber, ziemlich hawkisch. Die werden bestimmt natürlich nicht die Höhe der Inflation erreichen, die 8%, aber es ist nicht mehr ausgeschlossen, dass wir in einem Jahr vielleicht bei 4% sind und da würde ich, frage ich dich, was macht das mit unserem, da wirst du mir doch zustimmen, dass es dieses Narrativ gab, was macht es mit diesem Narrativ, dass er eigentlich sagte, es ist eigentlich, es ist eine Stabilisierung des Fiat-Systems durch Zinserhöhung nicht denkbar? Ja, langfristig ist es nicht denkbar. Also ich habe auch mein persönliches Bitcoin-Story beginnt 2013 und ich habe lange nicht an Bitcoin geglaubt, aus verschiedenen Gründen nicht an Bitcoin geglaubt und ich habe auch noch im Abverkauf 2020 nicht an Bitcoin geglaubt. Aber als ich dann realisiert habe, dass diese Story, die sie uns ja vor 2020 schon erzählt haben, dass wir jetzt wieder auf einen Pfad der Normalität zurückkehren und so weiter, dass die jetzt erst recht beim Fenster raus ist und dann, als die Pandemie zumindest langsam zu Ende geht, kommt plötzlich der Krieg. Also diese exogenen Schocks einer nach dem anderen auf dieses System, das ohnehin schon in den Seilen hängt. Und der Krieg hat ja auch eine unglaublich große währungspolitische Komponente, also mit der Sperrung der Währungserserven etc. Langfristig sehe ich nicht, wie die Zinspolitik, also eine Zinswende in dem Sinn, dass dann die Zinsen steigen, steigen, steigen. Das kannst du nur machen, wenn du wirklich deine Wirtschaft opferst. Also wir hatten, Paul Volker hat das eben in den 80er Jahren, also Ende der 80er Jahre, hat er sich quasi für die Weltwirtschaft, weil die Dollarinflation einfach zu stark war. Nach deinem Geburtsjahr 71, der Gold wurde gelöst, die Goldbinde wurde gelöst, dann kam ein Jahrzehnt der extremen Inflation, sehr ähnlich dem, was wir jetzt erleben, nur, dass die USA damals nicht so stark verschuldet waren wie heute und auch die Bürger nicht so stark verschuldet waren, die Unternehmen nicht so stark verschuldet waren. Das heißt, man konnte höhere Zinsen verkraften mit einer heftigen Rezession, die aber auch nur zwei Jahre anhielt. Und dann kamen ja eigentlich schon sehr die Reganomics-Wunderjahre. Genau, dann ist es wieder losgegangen mit den Wunderjahren und dann kommt der ganze Neoliberalismus unter Anführungszeichen, der in Wahrheit, also ich bin der Meinung, dass Ideologie immer den Notwendigkeiten der Zentralbank folgt und nicht umgekehrt. Die Notenbanker machen das, was sie tun müssen und nachher suchen wir uns einen Ökonomen, der uns das erklärt. Und nach dem, nach den, also in den 80er Jahren für das Wachstum, da wurde, es gab ja unter einem Goldstandard, auch unter einem Bitcoinstandard, hast du ja keine, kein, ist ja das kein Beruf, Geld hin und her zu verschieben. Ja, und zu Wetten hier und Arbitrage. Also die, die, es musste dann zu dieser Deregulierung kommen im Westen und, 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 und dann kam es zum Mikrochip und der Mikrochip hat dann, hat dann das ganze, die ganze Lebenszeit auch des US-Dollarsystems wirklich nochmal um 10, 20 Jahre verlängert, weil, weil diese, diese Industrie in den USA entstanden ist und von dort aus wieder eine unfassbare Kraftentwicklung hat. Das Problem ist nur, oder das eigentlich Wunderbare, und da sind wir dann wieder bei Bitcoin, bei Jeff Booth, den du wahrscheinlich auch gut kennst inzwischen, diese Deflation durch die Technologie, die ja an sich etwas Gutes ist, die macht unser Leben billiger und besser, die geht so schnell, dass das inflationäre Geldsystem nicht mehr mithalten kann. Das ist etwas, was du nicht beweisen kannst, aber wenn du, das kannst du nur nach Anekdoten beobachten. Aber ich glaube, dass es sehr, dass es sichtbar ist. Ich glaube, dass es auch sichtbar ist bei den Menschen. Wir machen heute alles, ja, ich habe hier ein Handy und ein Laptop und sonst habe ich eigentlich nichts außer die Kleider in meinem Körper, weil, weil alles andere ist optional, ja. Und, und ich könnte auch diesen Podcast jetzt nicht machen mit dem Aufwand, den ich betreibe, wenn ich kein Internet hätte und kein Computer, ja, kein Computer. Du sitzt weit weg, ich müsste jetzt hinfliegen, das kostet viel Geld. Zuerst muss ich mal einen Fernsehsender kaufen, mir eine Lizenz ziehen beim Staat, nicht? Das dauert 30 Jahre, ja. Also, die, die, diese Deflationäre Kraft einerseits der Technologie, andererseits der Globalisierung hat, hat die Inflation unten gehalten, trotzdem wir immer wieder Geld gedruckt haben. Und deswegen hatten wir dann noch diese, diese Zeit, wo alles auch in diese Zukunftsassets geflossen ist, was wir jetzt im Schluss nochmal ganz stark gesehen haben. Wie es weitergeht, weiß ich nicht. Möglicherweise, ich kann dir nicht sagen, wie hoch die Zinsen steigen können, weil ich kann dir auch nicht sagen, wie hoch die Inflation steigen wird. Das ist ein bisschen das Problem, ja. Es kann schon sein, dass wenn die Inflation komplett eskaliert, dann kannst, wir haben in Russland, sind die Zinsen auch auf 14 Prozent gestiegen, jetzt wieder auf 12 Prozent gesenkt. Also, es gibt das schon. Aber langfristig werden die Zinsen, die realen Zinsen, natürlich steigen, ja. Sogar extrem steigen. Vor allem, wenn wir in eine Bitcoin- Welt wechseln, weil da wird Kredit sehr, sehr schwer zu bekommen sein, was wiederum viele Menschen nicht verstehen als etwas Gutes. Und diesen Effekt wird es auf jeden Fall haben. Also, dieses Pendel von weichem Geld zu hartem Geld, das schwankt schon. Und wir sind jetzt, und das ist mein Argument, auch was Bitcoin betrifft, und auch die Bitcoiner, glaube ich, du hast vorhin von den Glaubenssätzen geredet und so, ja. Wir, auch die Bitcoiner machen oft denselben, unter Anführungszeichen, Fehler wie die Goldbugs, dass sie halt gleich auch wieder an das große Ganze, hier ein Staat, da eine Struktur und so weiter. Nein, wir haben jetzt ein Tool, mit dem wir individuell selbst, uns selbst in ein neues System bewegen und retten können. Und wenn ich mir aussuchen könnte, wie du aus einem kaputten Geldsystem in ein neues Geldsystem kommst, das Beste, was du tun kannst, ist, das neue Geldsystem daneben zu stellen und so langsam wie möglich die Leute hinüber zu reiten. So langsam wie möglich. Und ich glaube, das ist genau das, was jetzt passiert. Und die Bitcoin, weil du vorher gesagt hast, auch die Bitcoiner, also wir hatten ja auch im deutschsprachigen Raum vor zwei, drei Jahren noch keine nennenswerte Bitcoiner-Community. Das ist ja alles erst entstanden. Und sie ist wichtig, sie ist wunderbar, sie ist einfach geil zu sehen, dass so viele junge Leute, aber auch ältere Leute aus allen Ecken und Enden, Schichten und Herkunften einfach dieses Bedürfels haben, sich auszutauschen über diese Entdeckung, die sie selbst und die Welt da gemacht hat. Aber erstens ist es nicht repräsentativ für die Masse, weil wir wissen nicht, wie viele Bitcoiner da draußen sind, die nicht auf Twitter rumhängen den ganzen Tag und Memes posten. Ja. Und zweitens, ultimativ, der Erfolg von Bitcoin als Geldsystem wird zum Teil vielleicht von den Bitcoiner abhängen, aber wahrscheinlich gar nicht so stark. Am Ende des Tages gibt es keine Bitcoiner mehr, da gibt es wieder nur Menschen und Bitcoin ist halt das Geld. Das ist sehr interessant. Nico, darf ich da einmal kurz noch nachfragen, eine Anschlussfrage machen, weil ich auch letzte Woche so fasziniert gelauscht habe, wie du bei Bitcoin verstehen, diese ganzen Fragen um Leitwährung und Dollarreserven ausgeführt hast. Ein hochspannendes Thema. Jetzt hast du gerade gesagt, quasi kam in den 80er Jahren der Mikroship und da habe ich sofort dran gedacht, an das Triffin-Dilemma, das du bei Bitcoin verstehen ausgeführt hast. Also diese Vorstellung, dass man einen hohen Preis zahlt, wenn man die Leitwährung ist, nämlich man deindustrialisiert, weil man natürlich immerzu importieren muss, damit die Dollar nach draußen gehen, weil die anderen Länder so einen hohen Dollar-Nachfragebedarf haben. In diese Narration, die mir einleuchtet, die faszinierend ist, einer Deindustrialisierung der USA aufgrund ihrer Währungsdominanz, passt aber nicht oder ist dann zumindest eigens erklärungsbedürftig die Tatsache, dass es zwar eine Deindustrialisierung gegeben hat, aber keineswegs eine Unproduktiv Werdung der amerikanischen Wirtschaft und zwar nicht einfach nur auf den Finanzmärkten, sondern eben alles Stichwort Mikroship, deswegen taucht diese Frage auf, das ganze Silicon Valley ist natürlich eine Entfachung echter Wertschöpfung, echter neuer Produktivität. Das heißt, dieses System, das nach dem Triffen-Dilemma eigentlich dazu verdammt wäre, wie sagt man, an der niederländischen Krankheit zu sterben, hat dann gleichwohl ein zweites Wirtschaftswunder seit den 90er-Jahren entfach. Ja, und das zu erklären, traue ich mir fast nicht zu, außer zu sagen, dass du dann schon noch diese Überreste der freien Marktwirtschaft, des Entrepreneurships, des Kapitalismus in seiner besten Form in Amerika hast, die einfach anderswo, aber wirklich überall eigentlich auf der Welt fehlen. Also in Österreich und in Deutschland zum Teil auch, wird der Unternehmer, der das Risiko eingeht, der Unternehmer eigentlich ist ein Diener der Gesellschaft, seiner Gesellschaft zu dienen nicht wertgeschätzt und was die Amerikaner offenbar verstanden haben, auch während der Phase des Triffen-Dilemmas, in der sie quasi deindustrialisiert waren, dass sie diese intellektuelle Kapazität an den Universitäten, in den Krankenhäusern und so weiter, die haben sie sich sehr wohlbehalten. Die wurden nicht zugekauft von Exit. Im Gegenteil, die Leute wurden angezogen. Aber ich finde es auch wahnsinnig faszinierend, du hast auch vorher gesagt, die, die, du hast den, du hast den, sag mal noch mal, wo warst du in Amerika? Oh, an vielen verschiedenen Orten, aber als Kounselor war ich am Lake Michigan. Ah ja, genau. Also was schon faszinierend ist, wenn man nach Amerika sieht, aufgrund, also was ist das, was ist das System? Sie können quasi Geld drucken, um Energie und Güter zu importieren, de facto. Das bedeutet, sie sind nicht, sie brauchen, also sie leben in einem anderen Rahmen als der Rest der Welt. Und was siehst du? Deutschland, wunderbares Beispiel, nicht? Die Deutschen, die Deutschen waren irgendwie sehr unfassbar, nicht? Kaputt, das Land ist kaputt, ja? Nach 20 Jahren Wirtschaftswunder auferstanden, waren dann plötzlich eines der reichsten Länder der Welt wieder. Warum? Weil sie einfach pünktlich zur Arbeit erscheinen, ja? Und weil sie einfach auf Effizienz und Ingenieurwesen Wert legen. Und das ist schon faszinierend zu sehen, dass du, dass einer der Effekte dieses Driffin-Dilemmas auch ist, oder des exorbitanten Privilegs, dass Effizienz dann eigentlich nicht belohnt wird. Und das siehst du beispielsweise an den Autos, nicht? Also mein Golf, ein Schummeldiesel, ja? Hat schon, hat vor dem Update tausend Kilometer mit einem Tank geschafft, ja? So ein amerikanischer Pickup-Truck, der braucht einen ganzen Golf pro Kilometer, um irgendwie voranzukommen, ja? Und das heißt, du hast, du hast natürlich bei den anderen, auch bei den Japanern genauso, du hast im Außerhalb eine Effizienzsteigerung provoziert, ja? Ja. Ja? Die, die gefährlich geworden ist, sowohl die deutsche Industrie als auch die japanische Industrie ist dir gefährlich geworden. Aber man hat sich abgesichert durch verschiedene Dinge, militärisch natürlich, aber auch dadurch, dass du, dass du halt in Deutschland, dann stehst du an, ja? Entrepreneurship, Bürokratie und so weiter, dann, und Silicon Valley ist halt dann nicht in Deutschland entstanden und auch nicht in Japan. Ja, Rost, was du sagst, könnte man auch wieder ein tolles Pro-Bitcoin-Argument machen, in dem Sinne, wenn die Dinge was kosten, wird man besser. Und in dem Sinne, so wie die Schweizer mit ihrer immer starken Währung natürlich besonders gute Lösungen machen mussten, um wettbewerbsfähig zu sein und deswegen so ein starkes Land geworden sind. Genauso, genauso könnte man auch sagen, die Tatsache, dass Bitcoin ein hartes Geld ist, wird für eine besonders intelligente Wertschöpfung sorgen. Ganz genau, das glaube ich auch. Und ich glaube, dass das auch einfach der unternehmerische Kerngergeist ist, wenn du nicht weißt, was das Geld wert ist, dann weißt du auch nicht, wofür du es ausgeben musst und wo du investieren sollst. Und, 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 und das ist, das, das ist auch ein bisschen das Problem so mit Abo-Modell. Aber das geht zu weit jetzt. Ja, ich hoffe, ich hoffe, das hat jetzt deine, deine, deine Frage ein bisschen beantwortet. Absolut, absolut. Die Europäer sind übrigens. Nein, nein, Entschuldigung. Also die, die, die Europäer haben das auch immer verstanden. Also die, die Grundidee der, der D-Mark, des Goldstandards oder vom Gold an sich eigentlich, die Grundidee, auch die, es waren immer die Franzosen lustigerweise, während, nach dem Zweiten Weltkrieg, waren es die Franzosen, die die, 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 die die Idee der, der harten Goldwährung eigentlich hochgehalten haben, auch weil die Deutschen natürlich politisch nicht konnten, also auf, auf, aufgrund der Ereignisse. Ähm, es ist bis heute so, dass, 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 dass Frankreich den politischen Teil abdeckt und Deutschland den wirtschaftlichen. Und, und, ähm, also die haben das schon verstanden und auch der Euro hat ja 12.000 Tonnen Gold und, und hat ja diese, diese Grundidee. Deswegen tut es mir im Herzen weh, zu sehen, was aus dem Euro gemacht wird. Und ich glaube, da sind wir jetzt wieder in der, in der Jetzt-Zeit, ähm, es ist ganz lustig, mit der Inflation geht es mir ähnlich. Ich habe so lange darüber geschrieben, dass ich jetzt mich nicht mehr traue, irgendwelche Dinge zu sagen, weil ich nicht, weil, 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 weil ich weiß, wie komplex das alles ist. Und wir sind da mitten drinnen. Also wir sind mitten in den, das hat angefangen mit der Pandemie, aber der, der Krieg in der Ukraine hat, in meinen Augen werden wir darauf zurückblicken und sagen, das hat das Wirtschaftssystem des 21. Jahrhunderts, also das war der Zäsur im Wirtschaftssystem des 21. Jahrhunderts. Ich weiß noch nicht, was jetzt rauskommt. Und ich glaube, dass Bitcoin für jeden Einzelnen die beste, die beste, ähm, ähm, Route ist. Ähm, und ultimativ würde ich sogar so weit gehen, jetzt sind wir schon bei einer Stunde 30, jetzt hören nur noch die, 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 die Hardcore-Cracks zu, ja. Ähm, ultimativ würde ich sogar so weit gehen, zu sagen, es kann eigentlich nur darauf hinauslaufen, dass die Amerikaner Bitcoin adoptieren und dann noch eine Ehrenrunde einlegen. Und am Ende des Tages müssen wir froh sein, wenn sie das tun, weil sie sind die einzigen mit Demokratie, Rechtsstaat und, und Liberalismus. Alle anderen hätten gerne eine Art, ja, großes Gefängnis. Ja. Und das will ich nicht. Nein, das wollen wir alle nicht. Und das rückt den Bitcoin, das Miningverbot in China rückt den Bitcoin ja auch jetzt richtig offiziell, äh, äh, in, in, in das Reich der Freiheit. Ja, genau. Also, Freiheit ist, glaube ich, wir reden, Freiheit ist so ein, 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 ein total strapazierter Begriff, aber ich meine, Bitcoin gibt ja unglaubliche Freiheit. Und Bitcoin gibt ja natürlich auch ökonomische Freiheit. Wir haben vorher davon, da hast du gesagt, jetzt kommen Politiker und so weiter, ja. Es ist halt nun mal auch ein ökonomischer Faktor heute, ja. Ähm, und, und, und Geld, auch in unserem System, wahrscheinlich in jedem System, kauft ihr, kauft ihr Macht und kauft ihr Einfluss und, ähm, und, und gerade in Amerika geht das dann sehr schnell, ja, ähm, mit, mit, weil das schon sehr dezentral ist, ja. Amerika ist auch dazu so dezentral, ja. Deutschland ist ja an sich auch sehr dezentral, die EU eher nicht so, das ist eher, ist ja ein schweres Problem jetzt auch, ja, diese, diese, das, vor allem, weil es ja auch nicht, weil wir es nicht wert, also, was uns völlig fehlt in Europa, ist a, ein Bewusstsein für unsere eigenen Interessen. Also, sobald du für die Interessen Frankreichs, Frankreich vielleicht besser, weil, ne, aber sobald du für die Interessen Deutschlands oder eben Europa als Chiffre eigentlich für Deutschland eintrittst, äh, bist du schon im, 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 im falschen Eck, ähm, und, und was uns auch fehlt, ist halt ein, 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 ähm, eine Wertschätzung unserer, unserer dezentralen Natur eigentlich, ja. Die Schweizer haben das im Mikrokosmos perfekt, ja, dann kannst du, wenn dir die Steuern nicht mehr passen, ziehst du in den nächsten Kanton, ja. Ja. Wir haben das vielbeschworene Wort der Subsidiarität, die aber das politische Handeln nicht mehr so stark prägt und lenkt, aber es war mal eigentlich der Zentralbegriff, nicht nur der Bundesrepublik, sondern auch des europäischen Gedankens. Wenn du willst, dass etwas sich nicht durchsetzt, dann nenne es Subsidiarität. Also, so, dann nennen das, das, äh, beim, 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 ich hab das mal gelesen, ähm, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es stimmt und ich kann es nicht mehr finden, aber ich bin mir sicher, dass ich mal gelesen habe, da gibt's eben beim IWF die sogenannten Special Drawing Rights, diese Kunstwährung, die, die eben auf Reaktion von Triffin eingeführt wurde. Und die Franzosen haben damals offenbar, ich möchte bitte, wage ich mich nicht fest, aber ich hab das in meinem Kopf, haben sich eben damals dafür eingesetzt, das Special Drawing Rights zu nennen, weil sie gesagt haben, wenn der Name schon so beschissen ist, dann wird sich das nie durchsetzen. Ja? Ja. Also, wir, vielleicht hilft uns Bitcoin, nicht? Weil Bitcoin wird Kostenwahrheit herstellen in gewissen Bereichen, es wird nur ein bisschen dauern, aber es wird Kostenwahrheit herstellen und, und, und das führt sicher, muss dazu führen, dass die Entscheidungen besser werden. Ja, daran glaube ich auch. Jetzt darf ich wieder übernehmen für die letzte Frage. Unbedingt. Wo, wo stehst du auf deiner Reise ins Bitcoin Rabbit Hole? Du hast erzählt, ich glaube 2020 hat sie begonnen mit Podcasts, was sind die Dinge, die du am liebsten konsumierst, bist du auch, konsumierst du auch den deutschen Content? Ja, ja, natürlich. Und wo stehst du? Ich bin auch für den deutschen Content wahnsinnig dankbar, weil es auch so ein bisschen sich näher an meine Lebenswelt herannähert, wenn es für all die Gedanken auch deutsche Begriffe gibt. Mein Englisch ist nicht das allerbeste, das heißt, ich habe beim übermäßigen Konsum von englischsprachigen Podcasts auch immer ein bisschen die Sorge, dass mich die Argumente so wahnsinnig beeindrucken, einfach deswegen, weil ich mich von der fremden Sprache so beeindrucken lasse, weil ich sie nicht so ganz verstehe und dass das Ganze ins biedere Deutsch übertragen vielleicht gar nicht so funkelnd ist. Also insofern begrüße ich das sehr. Wir haben jetzt nochmal eine quantitative Explosion am Podcast zum Bitcoin erlebt in den letzten Monaten. Bist ja nicht nur du an den Start gegangen, sondern sehr viele andere Podcasts, die alle jeweils dann sehr unterschiedlich ausgerichtet sind. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. An dich möchte ich appellieren. Ich finde, das ist noch eine noch nicht, ihr sagt doch in Österreich, meine Gmät-Devisen, eine nicht Gmät-Devisen im deutschsprachigen Bitcoin-Podcast-Space. Es finde ich wirklich diese harten Finanz- und Geldpolitischen Fragen. Also das, was du auch jetzt ausgeführt hast zur Frage, was heißt es, Leitwährung zu sein? Welche Auswirkungen haben Zinsveränderungen? Was ist der Zusammenhang? Das ist etwas, was mich so fasziniert, weil ich nur so halb verstehe, also der Zusammenhang zwischen den Staatsschulden und der Geldmengenausweitung. Also dieses, wenn man sich einmal vor Augen führt, wie parallel gewissermaßen die Geldmenge zunimmt und die Staatsschuld, weil es ja auch wirklich logisch ist, weil die Regierungen die Staatsschulden als Anleihen ausreichen und die Zentralbanken sie dann aufkaufen, ist ein direkter Kausalzusammenhang. Also all diese Fragen, über die ich früher nie nachgedacht habe und in die ich versuche, mich einzuarbeiten, da wird in Amerika so wahnsinnig viel drüber nachgedacht und in Deutschland mir noch zu wenig und du bist der, der das kann. Und deswegen finde ich es toll, wenn du da einen Schwerpunkt in deinem Podcast machst und dann nicht einfach so für Tonisten wie mich einlädst, die davon nichts verstehen, sondern Leute, Analysten und Hedgefondsmanager. Das werde ich auf jeden Fall machen. Es ist natürlich, wie du auch gesagt hast, nicht aufgrund des großen Kapitalmarktes in den USA und dann auch in der Schweiz. In der Schweiz kommt ja noch dazu, dass Bitcoin eine echte Bedrohung für das Geschäftsmodell Schweiz darstellt, nicht? Also es ist ein Schweizer Bankkonto in deiner Hosentasche. Ja, absolut. Ja, das ist das Tolle. Bitcoin ist eigentlich Swiss Banking. Ja, ja, ja. Sie müssen das schon checken. Aber natürlich ein Finanzplatz und natürlich auch ein Gold. Also ich meine, in der Schweiz, die meisten Gold-Raffinerien der Welt stehen in der Schweiz, nicht? Also weil sowas ist teuer zu bauen und wichtig zu haben und das muss in einer stabilen Umgebung sein. Okay. Aber das fehlt uns auf Deutsch auf jeden Fall noch und wir sehen auch jetzt erst durch die Infusionen und durch die neuen Technologien einfach auch die Entstehung eines Kapitalmarkt-Community auch und Diskurses auch. Das gab es vorher schon, aber es war halt sehr klein und sehr provinziell und langsam wird es besser. Und es lässt sich halt nur abdecken, indem man immer wieder darüber redet und immer wieder mit anderen Leuten redet, auch mal auf Englisch. Es geht halt nicht anders. Es sind halt viele, viele mit denen, die daher kommen. Ja, aber danke für den Hinweis. Ich werde mir das auf jeden Fall zu Herzen nehmen und in den nächsten Wochen noch stärker in diese Richtung gehen. Ichoma, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Es war mir ein Vergnügen. Es war mir ein ganz großes Vergnügen. Wir setzen das garantiert fort. Ich hoffe, dass du irgendwann mal nach Wien kommst. Dann bitte melde dich bei mir. Und wenn ich in Berlin bin, mache ich das natürlich auch. Ich wünsche dir alles Gute auf deiner weiteren Reise. Letzte Frage vielleicht auch, weil es mich wirklich interessiert. Wie gehen deine Kollegen bei der Zeit mit dem Ichoma und seinem Bitcoin um? Weil gerade die Wirtschaftsredaktion ist ja von Bitcoin nicht mehr begeistert, nicht? Ja, aber wir sind ein pluralistisches Haus und halten das gut aus, dass es da unterschiedliche Ansichten gibt. Und dass ich für hin und wieder auf verrückte Gedanken komme, das sind meine lieben Kollegen gewöhnt. Und da haben sie eine große Toleranz entwickelt. Ausgezeichnet. Alles Gute, Ichoma. Danke dir.